Ja, halli, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast. Heute, Leute, zur ersten Folge vom Videopodcast hier im Roman Stars Studio 2.0. Das erste habt ihr gefühlt nie zu sehen bekommen, das ist halt aber das zweite, die Boys kennen es. Ich muss euch nicht mal vorstellen, mit wem ich podcaste, weil im Video wird man es hier direkt jetzt sehen. Natürlich für die Leute bei Spotify ist es mit Viktor heute, Henry ist nicht mit am Start. Der ist ab nächster Woche wieder da. Aber ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Was geht, Viktor? Hallo, Benni, schön, dass ich hier mit dabei sein kann beim, das wird noch öfter passieren in diesem Podcast, dass ich hier dabei sein kann beim allerersten, ja, Roman Stars Video Podcast, beziehungsweise offiziell ist es ja jetzt der zweite. Offiziell ist es sogar schon der vierte, weil wir ja die Hunter, Hunter, wir haben doch damals zwei Podcasts auch als Video aufgenommen, aber das sind so die Relikte der Vergangenheit. Gibt es aber immer noch beim Roman Stars Channel auch zu hören, auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt und zu gucken, wie jung und hübsch wir damals noch waren. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, nee, sehr, sehr cool. Ich habe das ja auch heute jetzt das erste Mal nach dem Umbau gesehen hier und es sieht schon sehr, sehr fancy aus, muss ich sagen. Es macht schon echt geilen Eindruck. Benni hat mehr oder weniger alle seine Wünsche hier erfüllt, bis zum Mini-Kühlschrank. Ja, absolut, das ist das Allerwichtigste. Der Kühlschrank ist das, was ich haben wollte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Props an mein Dad auf jeden Fall. Der hat hier sehr beim Umbau geholfen, sehr, sehr cool geworden tatsächlich, gerade mit diesen Holzpanelen hier irgendwie. Und ja, irgendwie finde ich es halt cool, weil mit einer Kamera kann man doch einen Videopodcast in diesem Kellerraum haben, der nicht mehr wie ein Kellerraum aussieht. Und ja, normalerweise wird mein Platz hier sein. Aber jetzt, wo Henry nicht da ist, sitze ich mal hier, damit wir uns auch hier gegenüber sitzen. Und ja, wir quatschen über Chapter 1125. Zwei Minuten, bevor dieser Talk angefangen hat, hat Victor auch direkt schon gesagt, Hey, lass uns mal beim Chapter bleiben, weil das Chapter sehr, sehr viel bietet. Und dann würde ich auch sagen, wir können damit doch direkt auch starten, oder? Ja, besser ist, würde ich sagen, weil ich glaube, an einigen Sachen werden wir uns sehr, sehr lange aufhängen, sehr, sehr viel herumphilosophieren. Deswegen lass uns doch direkt vielleicht zum ersten großen Highlight kommen. Und zwar, ich bin erstaunt, wie schnell Yamatos Cover Story vorangeht. Weil wir waren ja letztens Cover Story, wenn ich mich richtig erinnere, noch bei der Kidnappung. Das war ja, glaube ich, das Letzte. Stimmt, ja. Und jetzt ist sie auf einmal schon wieder ganz woanders und es passiert was ganz anderes. Also Oda springt hier wahrscheinlich dann jetzt mehr. Vielleicht, weil er auch gecheckt hat, okay, so wie das am Anfang so langsam lief. Zehn Chapter, bis aus dem Flower Capital raus war. Jetzt muss hier mal ein bisschen zack, zack gehen. Ja, safe. Ich glaube, der hat da sehr, sehr viele Punkte, wo Yamato halt hin muss, ne, in Wano. Und ja, jetzt haben wir aber hier eigentlich schon wieder das nächste Mystery, ne. Wo ist Minatomo, der ja, wie ich es in der Review schon gesagt habe, nicht der Minatomo aus dem East Blue ist. Das ist sein Cousin, glaube ich, aus Wano. Die sehen gleich aus. Sind beides eigentlich Gag-Charaktere, ne. Aber ja, interesting, ne. Franky hat ja für den gearbeitet. Ja. Und ja, vielleicht geht es jetzt in der nächsten Cover Story um die Suche von ihm. Oder vielleicht ist die Suche von ihm oder sein Verschwinden ja mit der Entführung aus der letzten Cover Story auch verknüpft. Auch möglich, ne. Wer hat die Frage, wofür entführst du halt so einen Baumeister, ne. Was wollen die da eventuell, dass der den klöppelt? Oder hat es vielleicht irgendwas mit den Biestpiraten zu tun, die halt sich, keine Ahnung, eine kleine Festung wieder aufbauen wollen? Ja, oder vielleicht ja wirklich, dass das, also es macht halt weniger Sinn, weil die ja alle hier am Arbeiten sind, dass das Schloss nicht fertig gebaut wird. So, weil der ist wahrscheinlich so ein bisschen der Architekt wahrscheinlich auch damit davon gewesen, wie das am Ende aussehen soll. Weil Franky ist ja auch zu ihm gegangen, um die Baupläne von Orochis Palast oder Kaidos Palast, glaube ich, auf Onigashima zu bekommen. Da gab es doch diese Suche für die Baupläne und dann war es irgendwann egal. Boah, das ist es halt. Das wurde irgendwann egal, deswegen habe ich es mir auch, glaube ich, nicht gemerkt. Ja, genau, aber fangen wir nicht von Wano an, daher, ja, es ist halt interessant, es ist halt ein bisschen, ich will nicht sagen Murder-Mystery, aber es ist ein bisschen Mystery in dieser Cover-Story, ne? Wo ist Minatomo? Who's that Minatomo? So, daher. Ja, aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, so einen kleinen Plot, der hier im Hintergrund gebaut wird, wie du richtig gesagt hast. Ich glaube, so die Führung und auch das, das wird irgendwie wahrscheinlich darauf einzahlen. Wir haben jetzt halt die 13. Cover-Story. Ich gehe mal davon aus, dass man noch mindestens 20 kriegt. Hm, ja, ich hätte jetzt auch bis 40 gesagt. Bis 40? Ja, ja, weil Oda so gerne. Ich habe immer das Gefühl, so eine Cover-Story geht dann so ein richtiges Jahr halt, ne, wenn er es dann macht und teilweise gab es schon so, ich glaube, Buggies gingen auch 37, 38, also es ist schon immer sehr lang, die Cover-Stories. Ich dachte auch früher immer, die wären richtig kurz, aber die sind dann doch immer schon, ja. Und plus, ich glaube, bei Cover-Stories ist ja auch dieses bei Oda, außer es ist jetzt ein Colorspread oder er hat irgendwas zu announcen, weil er auf der Jump-Cover... Kann er ja so viele machen, wie viel er will. Das ist ja so, oh ja, ich habe da noch eine Idee. Kann er ja easy mit einbauen. Das Problem ist, glaube ich, da eher nur, dass er sich denkt, so, ah, ich muss jetzt mit dieser Cover-Story endlich fertig werden, damit ich die anderen 35 machen kann, die ich im Kopf habe. Ja, ich glaube, jetzt ist das Problem von diesem, ah, die Cover-Story muss fertig sein, weil bestimmte Charakter vielleicht dann wieder relevant in der Story werden, damit ich die da zeigen kann. So ähnlich wie es damit auch... Ja, äh, tatsächlich, eine sehr interessante, ähm, Theorie in der, äh, in dem Livestream zum letzten Chapter, als ich das gemacht habe, war halt, ey, dass das hier vielleicht die nächste Cover-Story kriegt, weil die ja, um hier so ein bisschen auch den Übergang zu, aufzubauen, ihr Aufenthaltsort bleibt ja ein Mysterium in diesem Chapter. Es wird zwar gesagt von Loki, ja, ich habe sie getötet oder out of action in, was hat er gesagt? Ja, sie wurde halt im Dienst gefallen. Genau, im Dienst gefallen, so. Und wir sehen ja Eckis schattenhafte Augen, so. Ja, das lief ja wahrscheinlich so, Ecki hat Bericht erstattet, auch an Loki, der es ja nicht mitbekommen hat. Und wir haben ja gesehen, dass, äh, Ecki sie gehen ließ, ne, und gesagt hat, so, ey, dann mach, so, dann tu, was du tun musst, so nach dem Motto. Und so sind sie ja dann verblieben. Ja. Und es ist jetzt halt, ja, der erste Riss, ne, weil Ecki hat jetzt definitiv die Weltregierung und die CP0 und auch seinen Partner betrogen, angelogen, weil Stassi ist ja schon, sag ich mal, loose end, so, ne, die darf jetzt nicht einfach Feierabend machen. Ja, ja. Und insofern bin ich da auch mal gespannt, wohin das führt. Es zeigt natürlich halt, dass Ecki, so wie es alle schon von Anfang an erwartet haben, war schon immer der, mit dem weichesten Herzen wahrscheinlich bei der, auch Zifferpol schon damals. Und ich find's halt schön, klar, auf der einen Seite armer Ecki, dass er das jetzt so durchmachen muss, weil es ist wahrscheinlich nicht leicht für ihn, weil er ist ja auch so ne treue Seele, so, und ich glaub, es macht ihm halt auch richtig, grad zu schaffen, dass er halt mehr oder weniger, auch wieder armer Ecki, aber seinen besten Freund Luki, äh, jetzt so anlügen muss. Ähm, deswegen, ja, hoffe ich, dass, äh, das noch vielleicht in eine Richtung geht, wo er sich nicht am Ende komplett den Arsch dabei verbrennt. Nee, ich hoffe auch nicht, weil gerade so, wie es ja inszeniert ist, auch die, äh, Markus Maas, der ja mit Luki geredet hat, wo ja Luki dann seinen Moment noch hatte, ey, sorg dafür oder versuch bitte, Ecki nicht zu töten. Ja. Was ja schon zeigt, dass selbst ein Luki weicher geworden ist, so, und irgendwas für, für Ecki halt freundschaftlich zumindest dann halt hegt. Und dann wird er von ihm angelogen. Ja, und dann wird er, weil ich glaub, Ecki weiß das ja nicht. Ecki weiß ja nicht, dass Luki mit Maas geredet hat. Nee, beide wissen was nicht, was der andere getan hat. Genau, und das ist halt eben, zum einen macht es, ja, Luki humaner, was wir auch damals schon besprochen haben, weil ich glaub, das hat keiner von uns prediktet, dass ihm Ecki wirklich am Herzen liegt, so, und zum anderen, ja, zeigt's aber auch, dass Ecki eine Stassi halt beschützt, und das ist ja generell so eine komische Dreiecksbeziehung, weil halt Stassi Luki attackiert hat, äh, Ecki sie ja jetzt irgendwo wahrscheinlich schützt, weil es wäre ein bisschen cheap, wenn sie jetzt wirklich offscreen einfach getötet worden wäre oder sie gestorben ist, weil... Nee, Ecki hat ja ja sogar gesagt, geh. Genau, so, und Vegapunk auch, ey, Klone sind die Zukunft der Menschheit, du musst überleben, hau ab, so, wär jetzt halt wack. Gerade nachdem andere Charakter, von denen wir auch dachten, dass sie tot sind, hier ja auch lebendig noch sind. Daher, aber da kommen wir, glaub ich, später nochmal zu. Ja, aber da, da muss ich direkt mal sagen, das hab ich kütiert mit einem, aber warum denn nicht? Ja, genau, für mich, also ich bin, das ist halt natürlich so dieses, kann man sich drüber aufreden, boah, okay, cheaper Tod und so, aber nee, ganz ehrlich, bei allen anderen Charaktern außer Vegapunk ist es für mich so, ja, natürlich hat er dran gedacht. So, also wenn Vegapunk, wenn er es nicht getan hätte, dann wäre ich enttäuscht von dem Charakter, daher. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, ne, so leicht ist es dann auch nicht, ne, sie umzubringen oder die alle umzubringen. Ey, aber wir haben damals schon gesagt, wir haben nicht und wir gehen später nochmal, glaube ich, auf dieses Double Spread mal im Detail ein, aber wir wollten den Chimera Mon Seraphim, alle Samurai der Meere fusioniert in einem, das haben wir nicht bekommen, dafür haben wir jetzt einen Chimera Mon Vegapunk bekommen. Ja, ja, mega, mega Chimera Mon. Ja, aber schon sehr, sehr funny. Aber bevor wir das kriegen, haben wir erstmal ein bisschen Bauchpinselei und Selbstbeweihräucherung, denn Saturn sitzt sehr, ja, selbstzufrieden erstmal da und verkündet, ja, ey, alles gerockt, wir haben Jörg, wir haben die Motherflame, wir haben Punk Records und jetzt steht uns da eigentlich nichts mehr im Weg, aber, was sieht mein Adlerauge hier, neun Vollpfosten stehen hier vor mir, die ihren Job anscheinend nicht richtig gemacht haben und die Strohhütte halt entkommen ließen, denn das ist ja so gerade hier ein bisschen das Thema, die Viehzeitmirele, die auf Egghead den Busterchor geleitet haben, kriegen hier von Saturn einen Einlauf, eben dafür, dass sie die Strohhütte entkommen ließen. Äh, kleiner Reminder, Benni, warum sind es nur neun, hätte es nicht zehn sein sollen? Nee, es waren neun, es waren neun, neun Viehzeitmirele. Krumme Zahl. Ja, und ein Admiral halt, Kisaro. Ja, okay, Kisaro war auch dabei, das stimmt natürlich. Aber ja, genau, hier sind es neun, kriegt man sie auch nochmal so ein bisschen näher zu sehen, weil ich hatte tatsächlich echt schon ein bisschen vergessen, wer da alles dabei war. Wie kannst du denn bitte Red King mit seinem 17 Meter Hals vergessen? Ja, Red King hab ich tatsächlich nicht vergessen, ehrlich gesagt, wen ich vergessen hab, das ist der, der ganz links steht und der, der ganz rechts steht. Das sind die beiden, weil die nämlich die Standard-Mensch-Silhouette haben, während die anderen halt alle, der mit den langen Haaren, den hat man auch, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gesehen, aber die anderen, da ist ja Otterdude, Doll, und bei den anderen bin ich mit den Namen geschickt. Bluegrass, Doberman. Stimmt, Bluegrass war die Dame, die alte, ne? Genau, die Oma, genau. Dann hast du halt Red King, ne? Das sind halt diese Charakter, die so auch mehr in Szene gesetzt wurden, hatte ich das Gefühl. Ja, weißt du noch, wie der Dicke hieß? Der wurde doch auch von irgendwem weggeboxt, oder nicht? Wurde der nicht von Frankie? Von Frankie oder so, meine ich. Da gab's was. Ja. Das war richtig aus dem Haul gekommen. Ja, aber das ist halt, ne? Diese Fizzadmirele, das sind ja schon starke Charakter, aber dass die dann hier einfach auch kritisiert werden und dann auch gesagt wird, ey, kriegen wir noch eine Chance, lass uns halt nach Elbaf irgendwie gehen. Und das wird ja direkt so, ja, nee, nee, so. Das ist so ein bisschen das Fujitora-Ding, ne? So, ja, wir fahren jetzt los und wir kommen nicht mehr wieder, bis wir ihn haben. So, und auf einmal ist die halbe Marine darf nicht mehr zur Festung zurück, weil alle auch Strohwut jagen müssen. Ja, aber ich find's interessant, ne, dass halt Saturni direkt sagt, nee, Elbaf interessiert die halt nicht. So, und er geht ja dann auf Vegapunks Nachricht ein, dass das eher das viel Relevantere halt ist, ne? Ja. Nicht, dass er, nicht, dass die Strohwutte entkommen sind, sondern dass diese Nachricht rausgekommen ist. Ja, du hast vollkommen recht. So, aber ich find's halt trotzdem spannend, wie, ähm, äh, bevor wir zu dem Saturn-Flashback und dem Riesen noch kommen, dass halt ein Doberman da halt so eins zu uns eins so ein bisschen zusammenzählt, ne? So dieses Jahr, aber eigentlich ist ja das, was Vegapunk erzählt hat, was Positives, oder? Der hat uns ja eigentlich geholfen und uns geschützt. Warum ist denn das jetzt was Schlechtes für die Weltregierung? Also muss ja was Wahres dran sein, wenn's der Weltregierung schadet. So, und das fand ich halt schon krass, dass er das einmal zusammen reimt sich, zum anderen dann aber auch anspricht und dann halt direkt, ja. Ja, vom Saturn-Mirror hier die Bestätigung kommt von Job, da ist sehr viel Wahrheit dran. Ja, genau. So, indem er ja dann, ja, gepiut wird. Ja. Das ist halt die Frage, ob er tot ist, also ich glaub, es soll impliziert werden, dass er hier tot ist. Ganz kurze Zwischenfrage, Benni. Wie, welches Peng war diese Woche cooler? Das oder das Chainsaw Man Peng? Kaum sag's, wie es ist. Ja, wahrscheinlich Chainsaw Man. Vom Stylischen her war das schon, also absolut Cinema, wie die jungen Leute ja heutzutage sagen. Die jungen Leute, du mit deinen 30 Jahren, Alter. Ja, ich, ich ja nicht. Ich, ich mach's ja nur nach, Leute. Hier, Skibby the Toilet und so. Darf uns Henry nächste Woche mal erzählen, was das bedeutet. Ja, absolut, Alter. Ich hab's tatsächlich jetzt mal erfahren, was Skibby the Toilet ist. Ich hab's irgendwann mal auch nachgelesen. Ja, ja, an sich aber spannend tatsächlich, wie groß dieser Channel gewachsen ist. Ey, von der Storytelling-Perspektive kann man sich drüber streiten, aber irgendwo spricht es ja eine sehr, sehr große Zielgruppe an, also muss ja irgendwas dran sein, daher find ich's halt spannend. Ich muss nicht damit relaten, aber ich muss ja mit vielen Dingen nicht relaten, ist trotzdem interessant, das zu verstehen. Aber mittlerweile fühle ich mich ein bisschen wie der Typ aus dem Anime-Meme mit dem Schmetterling. Ja. So, der Schmetterling ist dann so, keine Ahnung, irgendeine Toilet. Nee, der Schmetterling ist irgendwas, was ich nicht verstehe. Und ich bin halt der Typ, der dann fragt, ist das Skibby the Toilet? Ja. So, ja, funktioniert das, glaub ich. Aber ich habe aus verlässlichen Quellen schon gehört und meine Schwester ist ja 14, 15 mittlerweile, die ist ja eigentlich Generation Alpha. und die meinte, die findet das auch wack. Ist schon wieder out. Ja, das meine ich halt. Ich glaube schon, dass das nicht unbedingt bei jedem dann halt relevant war. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Generation, also klar, es ist ein Generationending irgendwo, aber ich glaube auch nicht, dass es bei jedem in der Generation... Ist nicht deren Pokémon. Nee, 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 es ist nicht Pokémon, Alter. Ich wollte gerade sagen, Leute. Wer Skibby the Toilet mit Pokémon vergleicht, hat auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall ein bisschen was aufzuhörbar. Kontrolle über sein Leben verloren. Ich wollte gerade sagen, Kontrolle über sein Leben verloren. Wie Doberman hier halt auch, ne? Der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Literally. Ja, das ist halt ein bisschen sad, dass der Dude, weil Doberman gab mir ein bisschen Momonga-Vibes hier. Also jetzt nicht so krass, weil Momonga Ehrenmann war. Ja, Doberman war ja eigentlich immer eher so ein bisschen Asshole-Style. Ja, aber hier in dem war er so relatable, weil wir sehr, also er war, so hatte ich das Gefühl, der Vizeadmiral, der im Spotlight war. Weil der durfte mit Saturn und Kizaru reden. Der hat halt sozusagen, ja, so mehr Story bekommen als die anderen sozusagen. Weil man den ja auch vorher schon kannte. Genau, genau. Der war ja mit Dalmantian oder so auch noch unterwegs. Ja. Das finde ich übrigens auch sehr interessant, dass, äh, ja, oder hier auch so sehr literal on the nose das macht, so, ne? Solange er halt ein guter Hund ist, darf er halt machen. Aber sobald er halt hinterfragt, kriegt er halt einen Schuss ab. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt auch genau das, wie die Situation der Kainu sich da befindet. Ja, ja. Um da mal die Parallele zu schlagen, weil, ich sage, es ist halt Dobermann. Es ist halt auch ein Dog, ne? Ja. Ich glaube, der Dalmatian, der wird die Seiten switchen. Der Dalmatiner, der... Er checkt's, er checkt's direkt. Er ist ja auch eigentlich Feuerwehrhund, so, er will mit der Mala Flame, hat der nichts zu tun. Ne, ne, der will halt irgendwelche, der will in seiner Zohan bei irgendwelchen Bränden helfen und irgendwelche Zivilisten einfach evakuieren. Das ist sein Job. Ihn hat man gesehen, ne? Als Hund. Dein Dalmatian. Den hat man in seiner Hybridform gesehen, auf Marineford. Dobermann aber nicht. Der, 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 keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann sein, dass er eine hat. So. Vor allem, man hat zumindest ihn noch nie kämpfen sehen. Hat den aber auch nicht ins Wasser fallen sehen. Man hat ihn noch nicht ins Wasser fallen sehen. Absolut nicht. Aber, ich find's halt sehr spannend, dass halt, ich find den Hundevergleich sehr gut, ne, weil, wie du schon sagst, so, generell in der Marine Garp trägt ja auch eine Hundekapuze und sowas, ne. Das ist ja schon, sein Schiff ist ein fucking Pitbull. Ja. Also, halt als, hier, Galleonsfigur. Daher an sich schon, Hunde spielen motivisch schon eine Rolle irgendwo in der Marine. Ähm, ja, aber das viel Interessantere ist ja, dass anscheinend Saturn vor 200 Jahren am Leben war. Und das, äh, ja, eigentlich schon, hatten wir ja gesagt, als Mars meinte so, ey, das ist doch der Riese von vor 200 Jahren. Wo schon klar war, hm, Bro, warum weißt du von diesem Riese von vor 200 Jahren und warum weißt du, wie er aussieht? Dass halt klar war, dass die Gorosei wahrscheinlich zu der Zeit auch am Leben waren. Aber wirklich hier nochmal eindeutig so. Vor 200 Jahren. Saturn sieht genauso aus wie vorher. Genau so. Und ich geh davon aus, das, was in dem Chapter ja passiert, das große Ding ist ja, dass ein Gorosei ausgetauscht wird. Ich geh davon aus, dass es zum ersten Mal passiert. Ich glaube, diese Gorosei, die wir haben, bis auf vielleicht Jupiter, weil der noch recht jung irgendwie aussieht. Dann passiert es doch nicht zum ersten Mal. Ja, weiß man nicht. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das die waren von der Zeit sozusagen. Aber gab es nicht sogar eine Offizie irgendwo, von wegen Jupiter ist der Neueste, nicht nur der Jüngste? Nein, das ist halt, das ist alles, was alle predikten, weil er jung aussieht. Achso, es gab da nichts dazu. Es gab keine Laien. Let's be real, die Gorosei haben bis auf Egghead, die haben, bro, vielleicht zehn Panels gehabt, in denen sie reden. Vielleicht fünf, vielleicht ein Chapter an Panels, wo sie reden. In der ganzen Runtime vor Egghead und vor Finale in Wano Kuni. Daher, ja, I don't know. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es wirkt ja schon wie ein sehr, sehr großes Happening. Und ich finde auch generell, es gibt ja viele relevante Gruppierungen in One Piece. Eine Strohhutbande, Blackbeardbande, dann haben wir die Yonko, die Admiräle, die Sieben Samurai der Meere. Und Oda hat ja bewusst immer diese Gruppierung verändert im Laufe der Story. Aber die Gorosei sind immer gleich geblieben, bis eben halt jetzt. So, und das finde ich jetzt schon ein Statement, weil es ist eine der wichtigsten Gruppierungen, oder die wichtigste antagonistische Gruppierungen eigentlich, die wir bis zu Imus Reveal irgendwie halt hatten. Und es ist schon krass, dass Oda da jetzt auch sagt, nö, da sorge ich auch für Veränderungen. Aber dazu gleich mehr, wenn wir über die reden. Jetzt können wir, glaube ich, gerne mal den vor 200 Jahren Saturn so ein bisschen durchsprechen. Weil ich finde es schon interessant, dass anscheinend die Wissenschaftler auch hier Dinge einfach durchgezogen haben. Ja, beziehungsweise in dem Fall ja mit Saturns Segnung. Weil wenn jetzt alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre der Roboter ja einfach verschrottet geworden. Aber es war ja Saturn, der quasi gesagt hat, nee, wir behalten den. Und das finde ich halt, wie er ja auch später sagt, ironic. Ja. Weil das ist ja, um hier auch mal direkt so ein bisschen was vorwegzunehmen, am Ende des Tages, genauso wie die Vielzeitmereler halt denken, dass irgendwas anderes halt gerade der Grund ist, warum ihr Vorgesetzter sauer ist. So ist es halt mit Saturn und Imo halt auch. Er wird halt nicht dafür bestraft, dass er jetzt halt generell irgendwie Eckhead verkackt hat oder dass die Nachricht rausgekommen ist. Das ist alles politischer Schnickschnack, um den sich Imo ja nicht schert. Was ihn halt angepisst hat, war halt das, weil Saturn verzäunert, der einen diesen Roboter nicht kaputt gemacht hat, da jetzt Imo Schmerzen zugefügt worden sind, ihm persönlich, durch das Haki von Joyboy und den Knoten. Das ist das Einzige, was sozusagen dazu beigetragen hat, dass es dann in diesem Chapter so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, ja. Sicherlich einer der wichtigen Faktoren, oder der wichtigste Faktor sicherlich. Unter anderem wahrscheinlich auch das Versagen von Saturn, weil die Strohhüte geflohen sind. Luffy, aka der neue Joyboy, auch weg ist. So, ähm, ich finde es generell halt auch sehr interesting, weil wir gesagt haben oder drüber spekuliert haben, wird Saturn überleben? Wird einer der Gorosei sterben auf Eckhead? Und tatsächlich, einer stirbt, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es gedacht haben. Trotzdem umso spannender, weil, ne, Saturn, sein Face von Katharina Devon gestohlen. Wir dachten uns ja damals schon so, okay, wenn Fake-Saturn auftaucht, dann werden wir immer, ah, ist das der echte Saturn, ist das Katharina Devon? Jetzt wird es ja sehr obvious sein, wenn Katharina Devon, oder wenn Saturn in der Story wieder auftaucht, in der Gegenwart, dass das Katharina Devon sein wird. So, mal schauen, was Blackbeard damit halt vorhat und wie viel davon kommuniziert wird. Also, wer wird von dem neuen Gorosei wissen? Nur die Tenryu-Bitu und intern wird das nach außen kommuniziert? Weiß die Außenwelt, dass ein Saturnik, also, kennen die die fünf Weisen? Eigentlich ja theoretisch schon, weil sie sind ja, so, Vegapunk hatte ja eine Audienz bei denen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die oberste Befehlsgewalt, beziehungsweise, dass die halt von der breiten Öffentlichkeit halt gekannt werden. Genauso wie Leute, die wahrscheinlich in der One-Piece-Welt die Zeitung lesen, auch wissen, dass es Kaido, Big Mom, Whitebeard, Blackbeard und so halt gibt. Es kommt halt immer drauf an, haben wir so ein bisschen gelernt, wo du lebst. Ja. Gerade in den Blues kriegst du noch am wenigsten ja mit. Aber da kriegst du ja trotzdem die Zeitung von morgens, so. Du kriegst ja trotzdem, die reakten ja alle auf Ruffys neues Kopfgeld, so. Ja, das ist dann wieder so ein klassisches Oder-Ding, so, wie können die dann nicht dran glauben, dass Teufelsrüchte existieren, wenn man jeden Tag darüber liest, was für krasser Shit da passiert. So. Ja, ist ja die Frage, wie so in der Zeitung die Ressorts aufgeteilt sind. Ist so, Piraterie kriegt nur eine Seite im Affen. Maybe. So, weißt du. Und Weltgeschehen, weil auch da wieder Weltgeschehen wird ja, na, durch die Propaganda der Weltregierung sicherlich halt eben auch selber geschrieben, ob das dann wirklich die Wahrheit ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, ich finde es halt einfach spannend, dass halt jetzt halt Saturn ja tot ist und ich frage mich, wie sie es erklären wollen, dass der halt dann, wenn alle davon wissen, dass dann halt Garling ist, ist ja im Alter gestorben, ist ja dann auf einmal nicht mehr da gewesen und hat sich in den Ruhestand versetzt. So, da wird es wirklich einfach gar nicht thematisiert, weil das ist halt so, das wird halt nicht an die Medien veröffentlicht, das ist intern. Na gut, aber selbst da, also, und dann, so, dann fällt denen auch so, ja, aber was ist denn mit dem alten Saturn und dann, so, wer, 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 wer soll fragen und was soll passieren? Ja, das ist ja das Ding, was ich meine, dass, es wissen ja die wenigsten, dass Saturn da auf Eckert war, aber vielleicht, wenn der Gute morgens da drankommt, dass er halt sagt, ey, Strohhut hat einen der Gorosei getötet und das ist halt das, was er halt dann angehängt bekommt, so. Ja, klar. Also, nur in dem Gedanken war das, aber natürlich für den. Aber das nutzt dann Devin ja nichts. Nee, nee, nee. So, weil wenn die Leute halt blöd gesagt, eh schon nicht wussten, wer Saturn ist, dann wissen sie es ja jetzt, nachdem er tot ist, auch nicht, egal, ob sein Mord rauskommt oder ist. Ja, aber es ist halt die Frage, wo will oder Saturn nochmal nutzen, also entweder um die Weltregierung zu infiltrieren, also nach Mary Joa zu kommen, so dafür müssten die Leute ja schon wissen, dass er tot ist, weil dann lässt man ihn halt nicht durch, weil es kann ja nicht sein, oder halt eben in den jeweiligen Blues und damit das eine Relevanz hat, musst du ja wissen, dass das einer der Gorosei ist, war was auch immer. Ja, oder die sind halt generell relativ schlürig, die Weltregierung, so wie wir sie auch kennengelernt haben und am Ende haben alle vergessen, Saturn aus der Kommandokette der Seraphim zu nehmen und dann kommt Devin da auf einmal an und übernimmt die Seraphim. Und Blackbeard hat erlebt, wie fucking nervig die Wichser waren auf Amazon Lily, da haben die dem in den Arsch getreten. Genau das ist halt auch einer der populären Theorien, dass die versuchen wollen, die Seraphims halt zu holen. Nicht alle, aber vielleicht einige davon, gerade die, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben, also ein Doflamingo, Crocodile. Gesehen haben wir die jetzt alle oder nicht? Beziehungsweise im Einsatz gehabt, so dass man, weil wir wissen ja immer noch nicht, welche Teufelsbruch der S-Crocodile hat, weil er wird wahrscheinlich keine Logier haben und bei dem S-Shadow und bei dem S-Gecko und bei dem S-Dufflam oder Flamingo, die werden ja safe dieselben Früchte haben, weil das halt Paramezia sind. Die sind beide im Dienste der Weltregierung gewesen, da hat sicherlich der Vegapunk mal mit einer Spritze den Lineage Factor sich mitzielt. Flamingo hat sich das mit sich machen lassen? Ja, bestimmt. Der hat Privileg. Ja gut, der ist jetzt im Wimple Down, der kann ja eh nichts machen. Dann hat er das da halt einfach. Der ist ja jetzt seit einer Zeit. Da hat er wahrscheinlich so gewartet, oh, endlich ist doch Flamingo im Wimple Down. Ja, Jackpot. Jackpot. So, und wer ist der Typ, was er kann durch Boden schwimmen? Den nehme ich mir auch gleich mit. Sentomaro, geh mal ins Wimple Down und hol mir den Lineage Factor von Doflamingo. Genau. Ja, aber an sich, das ist ja, ich finde es interessant, wie Oda das hier erzählt, weil wir haben jetzt Saturn, du siehst noch, haha, alles ist unter Kontrolle und dann, eigentlich wollte ich jetzt zu dem Mary Jo Apart gehen, aber dazwischen ist ja noch York. Aber davor, genau, Benni, so erzähl mir doch einfach mal so ein bisschen was über Cloud Storage. Ja, toll, ne? Das ist doch das neue große Konzept, habe ich gehört. Ja, absolut. Es werden, anscheinend kann sich Eckert abdocken oder das Ei kann sich abdocken und ich finde es halt interessant, weil vorher noch gesagt hat, haha, wir haben alles erreicht und dann instantly zwei Seiten später, nope, Punk Records geht weg und da haben wir uns ja auch die Frage gestellt, ey, es kann ja nicht sein, dass die Weltregierung jetzt in den Besitz von Punk Records kommt, so weil das ist das Internet, das wird wahrscheinlich die Lösung sein, damit das verlorene Jahrhundert nie wieder passieren kann, weil die Pornoglyphe digitalisiert werden und alles drum und dran und ja, Oda's Antwort ist einfach, ey, ich habe ihn vor zwei Chaptern mal ja Wolken erwähnt, die nutzen wir jetzt einfach dafür. Und dann halten wir es in die Cloud. Ja, ha, 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 ha. Ja, absolut, ey, und dann fliegt es halt in die Luft, aber ich finde es auch witzig, dass York schon direkt wie ein Tenryubito agiert und hier direkt eine Waffe zieht und darauf schießen will, so wie wir es ja später auch, die ist, oh, was, ich kriege wenig Essen, direkt wird ein Revolver gezogen, das ist ja gefühlt der typische Tenryubito-Move. Aber York, ey, das ist auch wirklich so, neulich wieder so ein bisschen gelesen, sie ist halt wirklich Gier, ne, weil sie wird vorgestellt und sie lebt wie ein Tenryubito, so, sie schläft den ganzen Tag, frisst den ganzen Tag, so, tut, was sie will und das hat sie ja jetzt quasi alles weggeschmissen, so, weil sie mehr wollte. Ja, safe, aber ich sage es immer wieder, Mann, ich wäre so gerne, hätte ich dieses Ding von Vegapunk nicht, dass ich sechs Satelliten habe, aber dieses für Essen und Schlafen, dass du das einfach outsourcen kannst, so, wo du denkst, ey, Junge, du hast ein Drittel Leben mehr einfach, wenn du nicht, also klar, du kannst immer noch schlafen, wenn du Bock hast, aber du bräuchtest es nicht mehr, weil jemand die ganze Zeit für dich schläft. Interessant, dass du aber Klo-Gehen immer noch in deine Hand behalten kannst. Ja, Bro, das ist die wichtige Handy-Time, die braucht man für die schönen Zehn-Minüter-Videos, die man sich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn zu Pokémon oder gerade wenn wieder von irgendeiner Top-Ten-Yu-Gi-Oh!-Liste oder so ist, weil ich gucke ja gefühlt keine Zehn-Minuten-Videos mehr, außer irgendwas Längeres und dann muss man dann halt, dann ist das halt für den Toilettengang. Oder halt beim Essen. Ja, aber auch beim Essen mittlerweile, ich bin da ähnlich wie du, das Kochen wird mit integriert und dann brauche ich mindestens eine halbe Stunde. Und das ist echt krass, Sehgewohnheiten ändern sich ja gerade live, so Videos werden länger auf YouTube, es ist generell, ja ich selber bin schon so, nur 15 Minuten, das lohnt sich das auch da drauf zu drücken. Und teilweise echt, ich habe jetzt ein Studiowideo dazu gelesen, ein Drittel der, oder was heißt eine Studie, eine Statistik dazu, ein Drittel der YouTube-Views sind halt mittlerweile über Fernseher. Also es macht ja, YouTube macht halt einfach gerade Netflix oder YouTube wird mehr geguckt als Netflix gerade über den Fernseher. So und das ist schon eine Ansage. Der YouTube ist ja auch mein Standard-Fernsehprogramm, was bei mir am Fernseher immer läuft. Und das ist halt heftig, weil ich glaube, das war the way to go, was sich Google immer gewünscht hat, dass man da hinkommt. Aber es hat einfach fucking 20 Jahre gedauert, bis es da halt angekommen ist. Und ja, ich finde es halt sehr spannend, gerade als Creator eben einmal als Konsument selber die Perspektive zu erleben, aber eben aus der Production-Sichtweise halt auch so dieses, nee, man, es ist echt so, dass es wieder länger wird. Und der Sweet Spot jetzt ja wirklich so zwischen 18 und 26 Minuten, dass das so die neue... Serienlänge. Genau, dass das die neue Meta ist. Wohingegen vorher waren es so 15, war so eine gute Länge. Ja, so und das ist schon crazy, weil ja, Leute wollen, gerade von Creatoren, die sie gerne haben, auch längere Inhalte halt haben. Ja, klar so. Deswegen der Podcast hier, Leute. Ist natürlich nicht gecuttet hier, aber trotzdem, ich hoffe, es gibt einen anderen Vibe. Ich gucke sehr wenig in die Kamera, aber ich glaube, wenn wir zu dritt sind, wird das auf jeden Fall besser funktionieren. Ja, weil du dann da sitzt, ständig in die Kamera glotzen musst. Genau, und dann auch schön gesikulieren kann, so. Der nächste Full-Camera-Experience dann nächste Woche. Da habe ich auch was Interessantes vorbereitet. Ich habe es ja dir schon erwähnt, Viktor, und ich glaube, das wird euch allen gefallen. Es ist ein kleines Versprechen. Es hat nichts mit Gekomoria, by the way, zu tun, aber es ist ein kleines Versprechen, was wir einlösen. Was wir wohl in unserem ersten Podcast-Jahr mal gesagt haben, dass wir das machen wollen und das nie getan haben. Beziehungsweise wäre ich nicht reminded worden, ich auch nicht gewusst hätte, dass wir das gesagt haben. Krass, ich weiß gerade aber echt auch immer noch nicht. Ja, es macht so aber Sinn, dass wir das gesagt haben. Es ist so fucking simpel, es hat auch einen One-Piece-Bezug und es ist auch schon alles da dafür, also es wird nächste Woche sehr, sehr witzig. Ah. Sag es aber nicht. Ja, jetzt ist, ja, natürlich. Ja, haben wir immer noch nicht gemacht, stimmt. Du kannst es gerne. Also, wir haben es, theoretisch haben wir es ja schon gemacht, in allen möglichen Varianten, aber noch nicht quasi in Original, Original, so wie, so wie in One-Piece. Genau. Haben wir es noch nicht gemacht. Im Chapter. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Flashback von. Passt auch sehr gut, dass wir zu dritt sind. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Vielleicht habt ihr es auch schon gecheckt. Ja, ja. Ich werde jetzt nicht das Chapter sagen, weil dann weiß man sofort. So, aber an sich sehr interessant. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es wird und, ja, sweet. Ja, aber ja, nicht so sweet, wie das, was dann hier passiert in dem Chapter. Na gut, erst mal ist es ja schon recht sweet, dass die Vegapunks entkommen können. Ja. So, uns halt erst mal schaffen. Aber das kriegen wir ja erst zum Ende des Chapters noch hin. Das finde ich halt auch interessant, dass da Oda den Setup aufbaut, aber dann nochmal einen Szenenwechsel halt einbaut, ne. Ja, stimmt. Der teilt das halt tatsächlich so auf. Wir haben halt erst die Flucht, ne, und dann später sehen wir nochmal die Vegapunks. Wahrscheinlich, weil er da dann den Switch zu den Revolutionären haben wollte, dass er da dann erklären kann nochmal, ach ja, das ist passiert und das ist passiert, um da direkt nahtlos anzuknüpfen. So, aber ja, ob man das jetzt ein paar Seiten dahin schiebt oder hier hinschiebt, macht ja jetzt auch keinen großen Unterschied irgendwie. Aber wir kriegen, ja, Holy Land, Mary Joa zu sehen. Die Infiltration bzw. die Sabotage der Essenszufuhr für die Tenryubitu hat vollen Erfolg. So, der namenlose Tenryubitu kriegt hier anscheinend nicht viel zu essen. So, der hat seine Problems, erschießt dann sofort seinen Koch, ne, so typisch Tenryubitu halt. Halt. Da sieht man auch wieder so, kann man direkt wieder politische Diskussion anfangen. Also das ist das, was Dragon wollte. Dass Sklavenkirche abgeschossen werden, weil sie ihre Chefs nicht mehr befriedigen können. Ja, probably not, aber ja. Opfer müssen gebracht werden. Opfer müssen gebracht werden. Ich finde generell, Dragon am Ende des Chapters ist so richtiger Erdenjäger. Er guckt aufs Meer. Nach Osten? Wieder nach Osten? Looking East? Ich weiß nicht, ob er nach East guckt, aber er guckt aufs Meer. Es fehlt nur noch Tatakai. Tatakai. Sie sind da. Sie sind alle auf der anderen Seite. Ja, wer sagt denn nicht, dass Oda mit Dragon so ein Erdenjäger plant und am Ende, keine Ahnung, gewisse Dinge passieren. So, ohne jetzt Attack on Titan zu spoilern, auch wenn es wahrscheinlich jetzt die Leute, die es gelesen haben, mittlerweile auch wissen. Aber, ja, das ist halt, ne, der Aufruhr ist halt da, ne, so Chaos herrscht doch auf Mary Joa. Aber ich frage mich auch generell, wer ist für Landwirtschaft zuständig? Das war doch Jupiter. Jupiter, ne, dass der Boy nicht mal ein bisschen eine Lösung dafür sucht. So, irgendwo wird er wohl Essen herkriegen. Na gut, er war beschäftigt jetzt jetzt. Ja, absolut. Die, die zehn Minuten, die er da beschäftigt, beschäftigt, literally, die waren doch keine 15 Minuten auf Hackett. Nee, waren es auch nicht. Aber man ist halt immer so direkt so, ja, aber der hat ja da doch zu tun. So, ja, Bullshit, Bro. So, wie du sagst, so, der war da halt vielleicht maximal eine halbe Stunde beschäftigt. Eine halbe Stunde vielleicht mit Teleportationsbankkreis nochmal. Und mit dann wieder umziehen. Genau, zwei Minuten so einmal ins Waschbecken, kurz Gesicht abwaschen, so, um wieder klarzukommen. Ein Snack noch sich holen. Das ist eine Stunde sein, mit allem drum und dran. Mit, nur mal auf Klo gehen auch wirklich. Klo gehen, mit Essen gehen noch danach, vielleicht duschen danach noch so. Bis halt, in einer Stunde war der auferkert und wieder zurückgepflegt im Raum der Autorität. Ja, aber dann konnte er auch nicht weitermachen, weil dann gab es ja erstmal direkt sozusagen die nächste, das nächste Thema, was geklärt werden musste. Denn, ja, was wir uns ja immer noch gefragt haben und jetzt ja auch gesehen haben, okay, Saturn ist weiterhin auf Hackett geblieben, um dort ja die, ja, die Lage zu managen sozusagen. Das Letzte, was wir ja vorgesehen haben, ist, dass der VM entstand. Den wir übrigens nicht gesehen haben, dieses Kapitel. Also, was genau jetzt wirklich mit dem Roboter geschehen ist, haben wir noch nicht gesehen. Aber hier jedenfalls die verbleibenden vier, äh, 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 wie sagt man das auf Deutsch? Verlucht, Verlucht. Die fünf Weisen. Die vier Weisen. Die verbleibenden vier Weisen. Das will Älteste sagen, ganz seit Gottes Willen. Äh, ja, werden besucht von, und das hat mich halt tatsächlich überrascht, weil das ist halt so ein bisschen das Ding von, man erwartet halt immer so Charaktere wie Shanks, Garb, Dragon. Die Klassiker. So, aber ihn gibt's noch nicht so lang und deswegen neigt man schnell, ihn wieder zu vergessen. Aber tatsächlich, äh, ja, marschiert Garling mit seiner krassen Frise und seinem krassen Schwert da rein und man muss schon sagen, hat er auch direkt so, äh, Big Daddy Vibes. Äh, muss man halt echt zugeben. Also auch gerade im Vergleich zu den anderen Weisen, weiß ich nicht. Er sieht schon sehr, sehr, kam nochmal ein bisschen mehr im Saft aus. Ich weiß nicht, woran man's festmachen soll. Er ist halt, wie du schon gesagt hast, sehr wenig in der Story und er hat schon epische Momente in der Story bekommen, wohingegen die anderen nur reden durften. Der hat halt seinen Job immer gefühlt erledigt, als er, er wurde ja in dem God Valley Flashback schon gesagt, oh, guck mal, er ist so voll viel Tenryubito Bitches stehen auf denen. Und der hat gefühlt immer diese Jagd gewonnen, so. Dann hast du, äh, er hat dann halt Miosgaard hingerichtet, er war der Kapitän oder Anführer der God Knights, so. Also es sind ja schon alles so Errungenschaften, wo du dachtest, boah, krass, der, und dann noch diese Verbindung zu Shanks, ne, falls er wirklich sein Vater irgendwie ist. Und, äh, ja, jetzt halt ihm hier diesen Moment zu geben, wo er ja wirklich einfach sich als Gleichgesinnten mit den Gurusei sieht, ne, die ja auch erstmal so voll so, ey, was, was machst du hier? Warum bist du in diesem Raum so, vergiss dich selber irgendwie nicht? Und er einfach badass sich da halt auch hinsetzt, ne, und dann noch sagt, ja, ey, so, ich wurde der Neue. So, ich bin jetzt für York zuständig und für das, was hier passiert ist, so. Und ich will eigentlich, dass wir gemeinsam in eine bessere Welt gehen, so, weil die Welt ja voll im Tumult und im Chaos ist. Eine bessere Welt wahrscheinlich für die Tenryubito, ne, aber ja, schon sehr direkt einfach, ne, so. Und ich glaube, keiner von den anderen Gurusei kann da jetzt auch was gegen sagen, weil der Befehl wahrscheinlich von Imu direkt kommt, ne. Ich finde auch lustig, dass, äh, Oda hier sein Silhouetten-Game trotzdem noch wirklich bis zum I-Pünktchen durcharbeitet, weil er kommt hier mit seiner Shady-Brille rein und er nimmt die ab und du siehst trotzdem nicht seine Augen im letzten Bild, wo er sich hinsetzt. Die sind dann trotzdem noch mit so Schatten unterlegt. Also, was ist da denn jetzt wieder los? Äh, aber ja, ey, ich finde das schon sehr badass, wie der da reinkommt, äh, sich da hinsetzt breitbeinig. Und das, das ist halt auch wieder so das Ding, das ist halt, äh, so, so sitzen Admirele, so saß Garp, aber so sitzen die Älter, diese, äh, fünf Waisen halt nicht. Ja, genau. Und das zeigt mir halt so ein bisschen, er bringt da halt auch mit diesem Mann, das ist ja eine Drohung, dieses so, ey, meine, meine Kollegen, lasst uns das doch jetzt gemeinsam zu einer besseren Welt machen. Das klingt ja schon nach, boah, da wird die ein oder andere, äh, Hard-to-Swallow-Pill dabei sein, sozusagen, äh, auch für die verbleibenden vier Waisen. Deswegen, ich bin gespannt, ich meine, er guckt ja am Ende einfach nur fucking Jupeters Pissed-Face an. Ja. Der steht, dass ich denk so, was zur Hölle? Äh. Ja, absolut, weil die checken ja auch jetzt nicht, dass Saturn hier ausradiert wird. Es dämmert ihn wahrscheinlich jetzt gerade. Und das ist, was, was Jupeters Gesicht wahrscheinlich auch tatsächlich ausmachen soll. Guter Punkt. Was die nämlich verstehen, ist mehr als alles andere, dass sie austauschbar sind. Genau, genau. Das waren sie halt. Und das ist, glaube ich, deswegen der Punkt, dass das noch nie vorher passiert ist. Mindestens 200 Jahre lang. Genau, so. Dass die halt austauschbar sind. Weil es ist die Gruppierung, die am längsten da ist, die nicht ausgetauscht wurde. Von jetzt den relevanten Piratengruppen, Marinegruppen, whatever. So, oder hat immer wieder gezeigt, ey, wenn was schiefläuft, dann sind die austauschbar. Bis auf die Gorosei. Weil lange Zeit wussten wir nicht, dass es Imo gibt. So, aber gleichzeitig, ja, ist halt auch wieder die Frage, wer weiß von Imo Bescheid? Also, Garling, mindestens jetzt weiß er von ihm Bescheid. Wusste er es auch vorher schon. Wissen die God Knights von Imo Bescheid? Wie ließ das denn ab? Ja, genau, das haben wir auch gar nicht. Magen genommen, er wusste nicht von ihm. Kam dann einer von diesen Dienern, die da in dem Flower-Raum sind und hat denen gesagt, komm mal mit. Ja. Hier, guck mal. Ja, ich glaub tatsächlich, die God Knights könnte ich mir schon vorstellen, weil das ja auch als deren bisschen militärische, also ich hab das Gefühl, das ist so die Crew der Gorosei, also die, die Neuen sind's, glaub ich, ne? Am Ende, am Ende kommt dann raus, dass eben genau diese Diener ja quasi auch die God Knights sind, kann ich auch sagen. Maybe einer von denen, weil da war auch ein Schwert, so, also theoretisch. Also vielleicht war Garling schon immer so quasi der, wie sag mal, der Jamie Lannister zum Robert Baratheon, so der Leibwächter. Ja, der Leibwächter, das meine ich halt, weil irgendwo, ich kann ja nicht sein, dass nur die Gorosei und diese ominöse Gestalt, die da im Raum der Blumen war, von Imo Bescheid weiß, wo wir ja immer noch nicht wissen, wer das ist. Am Moment, wobei man dazu sagen muss, dafür hat er seinen Job aber richtig beschissen gemacht, als Sabo kam, ne? Weil, wer hat Imo beschützt? Die fünf Weisen, wer ist nicht aus dem Schatten gesprungen gekommen? Garling. Ja, gut. Wenn er sich schon Bodyguard schimpften würde. Ja, ich glaub, da war nicht gedacht, dass Sabo auftaucht, ne? Ich glaub, der war... Ja, aber come on, ich mein, wenn du Garling bist, dann nimmst du deinen Job ernst. Ich glaube, wenn Garling den Job gehabt hätte, beschützt Imo, dann wäre er auf jeden Fall da gewesen, wenn er den gehabt hätte. Genau, aber es gibt, genau, nee, weil Imo da ja, die Audienz war ja mit den Gorosei. Imo ist ja selber aufgetaucht. Es war ja das Gespräch von Cobra und den Gorosei und das endet ja damit, dass Imo auf einmal auftaucht und Cobra geschockt ist. Was? Hier ist noch jemand. So, ich glaub, deswegen... Dann müsste ja Garling wahrscheinlich hinter dem nächsten Busch sitzen. Ja, ich glaub, der wurde gar nicht gebrieft. Das war so Imo, haha, ich mach so einen kleinen Prank bei Cobra. So, so. Aber ja, es muss ja nicht mal Bodyguard sein, sondern eher dieses, die sind halt für die Tenryubitu verantwortlich. Ja, für alle anderen. Genau, genau. Und, weil, let's be real, wir sehen ja, was Imo hier mit, äh, mit Saturn anstellt. Also, ich glaub, der braucht keinen Bodyguard. Aber es ist halt auch wieder die Frage, kann jetzt Saturn, kriegt der einen Bankkreis? Kriegt der Telepathie jetzt mit den anderen Gorosei? Sind das Fähigkeiten, die... Ich meine, Garling. Äh, Garling, genau, sorry. Da, dass sozusagen diese ganzen Sachen, die er als Saturn hatte und auch die anderen Gorosei, das wirkt ja mit diesem Chapter so ein bisschen, als ob Imo denen das gibt. Weil der entzieht dem ja auch einfach das Leben irgendwie. Und kann ja trotzdem sich auch telepathisch mit ihm unterhalten. Ja, der entzieht ihm halt mindestens diese Fähigkeiten, die er hatte anscheinend. Also diese schwarze Flamme. Ja, genau, genau. Die die halt hatten. Und mit, äh, aus der sie ja auch sozusagen beschworen werden. Was ja aus dem Bankkreis rauskommt. Das wird ihm halt entzogen. Wir sehen halt, dass das halt dazu führt, dass er, das wäre zum Beispiel jetzt meine Vermutung, so du siehst halt, wie er mumifiziert, er altert halt. Sein Körper nimmt den Zustand, Verzeihung, nimmt den Zustand an, den er haben würde, in dem Alter, in dem er ist. Und das ist halt ein Skelett, wo wir dann ja dann den Totenschädel da liegen sehen. Und das kommt halt, glaube ich, davon, dass er quasi, der Kleber, der ihn zusammenhält, den zieht Imo ihm raus. Erklärt, finde ich, aber auch viele andere Sachen so ein bisschen. Wie eben zum Beispiel die Tatsache, wie genau das jetzt mit diesen Beschwören funktioniert hat. Und anscheinend ist es halt wirklich alles auf Imo's Mist gewachsen. Oh Gott, da fliegt ganz natürlich was um mich herum. Im Sinne von, er hat denen die Kräfte gegeben und er kann sie dann wahrscheinlich halt eben auch an bestimmte Positionen rufen, wie zum Beispiel zu sagen, kommt jetzt hier hin. Und dann kommen die da hin. Oder die können sich halt selbst gegenseitig so ein bisschen rumseppen lassen. So ein bisschen wie Voldemort und die Todesser. Ja, wenn er aufs Mal drückt, dann spüren die anderen das auch. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob die das jetzt gerade auch wahrgenommen haben oder ob die das quasi jetzt nur erahnen, dass er da verbrannt ist. Oder ob die das quasi auch so richtig in ihrem Körper gespürt haben. Das wird ja nicht impliziert so. Also da, wir sehen die anderen ja nicht mehr. Nee. Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich glaube sonst hätte Oda das bisschen, wie du schon eigentlich eben gesagt hast, ne? Jetzt realisiert Jupiter, ah, okay, wir sind austauschbar. Saturn kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder. So. Und ich glaube, Oda hätte sich's nicht nehmen lassen, das zu zeigen, dass die connected sind. Und bisher auf AirCat haben wir ja auch nicht die Implikation gehabt, dass wenn du einem Schaden zufügst, alle anderen auch Schaden kriegen. Telepathie hatten sie trotzdem. Telepathie hatten sie auf jeden Fall. Und die Bankreise, ich sag's dir jetzt schon. Die Bankreise funktionieren, glaube ich, ich glaube Saturn, wir sehen ihn ja in diesem Chapter auch auf dem Schiff. Ich glaube, der hat das Schiff nie verlassen. Das, was wir gesehen haben, der hat ja den Bankreis und dann kam seine Gestalt raus. Ich glaube, das war halt wie ein Avatar, blöd gesagt, von dem Saturn. Der war da, weil die konnten ja alle keinen Schaden nehmen. Die waren alle regeneriert immer, die haben keine Damage genommen, so. Aber er war auf der Insel, als er vor Emmett stand. Genau, als er vor Emmett stand, war er vor der Insel. Auf der Insel. Nach dem Kampf. Da stand er da. Ja, ist halt alles tricky, weil die anderen sind wieder nach Hause teleportiert worden. Ja, theoretisch nicht. Aber dann auch wieder die Frage, ich glaube, hatten wir ja auch, muss mindestens eine Person da sein? Also muss Saturn da sein, damit alle anderen beschworen werden können? Sonst hätten wir wahrscheinlich wirklich nicht die Mühe gemacht, da hinzuschippern. Genau, genau. Daher, ja, ist halt alles sehr immer noch mysteriös. Man kann sich so ein bisschen mehr zusammenfuchsen, was es damit auf sich hat. Ich glaube nämlich auch, dass Imu einen Teil der Fähigkeiten an die Gorosei übertragen hat, gerade die Telepathie. Ich glaube auch die Bankreise. Bankreise, Teleportation, Schwarze Flammen. Schwarze Flammen. Es ist halt die Frage, ob diese Fabelwesen, ob das auch von Imu kommt. Und ich glaube, das ist wiederum halt ein Wunschbedürfnis in der Vergangenheit. Deswegen wurde es nicht als Teufelsbrucht established, sondern dass das halt eine heutige Teufelsbruchtfähigkeit wäre. Aber dann ist halt wieder die Frage, das, was er ihm ja entzieht, wie du schon sagst, sind diese Flammen und so. Wie sind die unsterblich geworden? Sind sie es durch Imu, durch die Operation der ewigen Jugend? Weil das wirkt ja nicht gerade so, als ob das durch die Operation der ewigen Jugend... Mit der Rupinomie kann das nichts zu tun haben. Weil dann wird es immer noch funktionieren, weil Imu tötet ihn hier ja nicht. quasi, sondern er nimmt ihm nur das, was er ihm gegeben hat. Aber dann ist halt wieder die Frage, Garling ist ja wahrscheinlich immer noch ein normalsterblicher. Das sind, glaube ich, alles normale Menschen gewesen. Und das genau, was du nämlich jetzt eben gefragt hast. Wird Garling jetzt auch die Prozedur durchmachen? Kriegt er jetzt diese schwarzen Flammen? Wird er A, unsterblich? B, kriegt er vielleicht eben auch eine Fähigkeit? Wird er auch zu diesem Spinnvieh? Oder kriegt er seine eigene Form? Wird er ein Greif? Ja, ein Greif. Oder hier bei Cuphead gab es so einen Bossgegner. Es war auch so ein fliegender, lachender Mond. Ja, irgendwas wird... Ich glaube auch, dass Garling zu dem Zeitpunkt gerade noch keine Fähigkeit hat. Ich glaube, der kriegt irgendeine. Oder hat sie jetzt gerade, literally, jetzt bekommen. Genau, er hat die jetzt bekommen. Und wie du auch schon sagst, ich finde die Inszenierung von Garling halt nice. Dass der halt wirklich... Der sitzt hier wie ein Kong irgendwie vom Vibe her. Der macht ein Statement. Und ich glaube, der wird die Gorose eben auch verändern. Weil die saßen nur in diesem Raum. Seit wahrscheinlich hunderten von Jahren haben die nur in diesem Raum der Autorität gechillt. Und niemals die Inseln verlassen. Ja, weil die haben ja hauptsächlich den Status Quo behalten. Genau, die haben einfach... Das waren so die CEOs in Friedenszeiten. Aber sobald Shit About Godan ist, ist es halt so, du brauchst jetzt halt jemanden, der für die Krisenzeiten gut ist. Weil Garling, genau. Garling ist, glaube ich, so jemand, der Status Quo ist schön und gut. Aber ich will diese Insekten auch wirklich alle auswischen. Ja, genau. Und da kommen wir übrigens auch zu meinem Ding. Ich glaube nicht, dass der ein 180 oder so macht. Ich glaube tatsächlich, dass Garling eher noch der Schlimmste von allen sein wird. Ja, ich glaube auch. Der wird... Ich glaube, das ist halt eben das, was Oda ja auch gemacht hat. Der hat ja ein neues Feindbild established. So einen neuen Charakter. Er wird ja auch, hatte ich dir ja, glaube ich, geschickt, ne? In 1086 established. Das ist das Chapter mit dem Titel Die Gorosei, wo wir die restlichen vier Namen und Titel der Gorosei bekommen. Und sein ja auch. Und er wird established auf der letzten Seite. Das heißt, da ist auch schon wieder klar, dass Oda diesen Charakter weitaus mehr... Wer waren die fünf Weisen wirklich, die in dem Chapter vorgestellt wurden, ne? Ja, genau. Wer waren wirklich die fünf Weisen? Und ja, jetzt ist das halt... Jetzt hat er diesen Titel. Jetzt hat diese Gruppierung eine neue Person. Ich glaube auch, die werden aktiver vorgehen, weil er sagt ja auch, York ist jetzt in meiner Verantwortung. Und wer sagt nicht, dass Garling der Antagonist auf Elba fiert? York ist genutzt, Alter. York ist genutzt. Das wäre mir das Gefühl, aber die ist jetzt so verkackt, ne? Die wird kein Tenryu B2. Ich glaube, weil das ist alles nur schlimmer jetzt. Das war der Deal mit Saturn. Aber der ist nicht mehr da. Ja, stimmt. Es wird auf jeden Fall so ein Ding geben von wegen, ja, aber ihr habt mir doch gesagt, so, ja, wer hat dir gesagt, so Saturn gibt's nicht mehr, Bro. Ja, safe, Mann. Stimmt. Und ich glaube tatsächlich auch da wieder das, ja, so wie Oda ihn gerade established und auch dieses, ey, wir müssen eine bessere Welt erschaffen und so, der wird, glaube ich, auch jetzt aktiv werden. Ich glaube, der wird jetzt nicht hier rumsitzen, sondern das, was jetzt vielleicht wirklich auf Elba passiert, weil Saturn sagt ja auch, ja, vergesst Elba und wer sagt nicht, dass Garling sich sagt, ja, okay, wenn ich jetzt auch für der Warrior God of Defense and Science bin, dass ich halt, ja, vielleicht die Motherflame nochmal aktiviere. Ja, oder, ich meine, man fragt sich halt, aus welchem Grund und what the fuck, aber vielleicht ist ja gerade er dann derjenige, der sich jetzt erstmal um diese Blockade kümmert und sagt so, ey, so, ich geh jetzt los, mach die kalt, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Schiffe nicht weiterfahren können oder so. Aber ich glaube, das ist eher, ich glaube, er wird eher dieses, es gibt ja, die waren ja alle gleichgestellt. Ja, ja. Und vielleicht wird er die Position haben, dass der halt Jupiter sagt, ey, kümmere dich halt darum. Oder so. Das ist so dieses. Weil in meinem Kopf ist so, das Problem wird in dem Chapter sozusagen nochmal unterstrichen und dann kriegst du Garling, der halt so hyper-capable wirkt, also sehr fähig und wäre dann konsequent, wenn er eben genau dieses Problem, was sozusagen jetzt angedeutet wird, halt sozusagen mit einem Fingerschnippen lösen würde. Ja, safe. Ganz kleine Sache noch, bevor ich es jetzt wieder komplett, ja, wobei, nee, wir kommen noch zu, wir kommen noch zu. Alles gut. Wir kommen, wir kommen da noch zu. Ja, okay. Das machen wir dann später. Ähm, ja, ey, diese ganze geile Geschichte, ich bin echt gehypt. Es wäre lustig, wenn er schon auf Elbaf auftauchen würde, weil das dann auch nochmal diese Shanks Connection, glaube ich, unterstreichen würde. Das ist nämlich wie das Ding, es wird motivisch ja irgendwo hinpassen, weil auch er, ja, so, er ist halt auch ein Kriegergott und so, ne, das ist der Titel, aber der ist ja schon nochmal, wie du gesagt hast, anders als die anderen aufgebaut. Die sind für den Status Quo da, er wird, glaube ich, aktiv was machen. Er wird proaktiv handeln und nicht reaktiv. Weil das ist das, was die Gorose die ganze Zeit gemacht haben. Es passiert was und dann reagieren sie. Und ich glaube halt, ein Garling ist so, ja, es darf halt nicht zu noch mehr kommen, auf das wir reagieren. Ja, so wie es gibt eine Organisation namens Revolutionäre und ihr habt sogar eine grobe Idee, wo die sind. Warum haben wir die nicht schon längst ausgelöscht, so nach dem Motto, ne? Wieso löschen wir nicht jede Insel aus, die mit denen in Verbindung steht? Wir haben doch jetzt die Motherflame. Jetzt geht's ja. Und ich glaube tatsächlich, die Motherflame wird nochmal wichtig, York wird nochmal wichtig und ich glaube auch echt im nächsten Arc schon, also auf Elbaf, weil wir immer noch keinen Antagonisten für diesen Arc haben. und ich glaube auch nicht, dass das einfach nur so, ja, ja, zehn Chapter, einmal kurz nach Elbaf und wieder weg, sondern dass da was passieren wird und die Weltregierung aktiv die Feinde da sein werden. Und Garling, gerade jetzt das Setup, bietet sich ja an. Jetzt hast du einen neuen established und vielleicht, ja, ist ja die Frage, ob er dann halt verliert oder noch mehr Dominanz zeigen kann und gewinnt. So, weil jetzt hat ja die Weltregierung einen Verlust erlitten. Ja, aber auch nur auf dem Papier. Weil eigentlich haben sie ja viel Errungen gleichzeitig auch. Also man kann sich echt fragen. Klar, gleichzeitig, der Chef ist nicht zufrieden mit dem Abschluss, aber wenn win, was bedeutet dann win? Ich meine, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Oda denen eigentlich so viel gegeben hat wie möglich, so, damit die Ströte nicht zu erfolgreich rüberkommen, weil die haben die Motherflame, die haben York, die haben Hackett unter die Kontrolle gebracht, Vegapunk in Anführungszeichen getötet. Ähm, was soll hinterherkommen? Weil das Einzige, was jetzt noch kommen kann, ist, okay, wir packen die Strotbande. So, aber das kann ja eigentlich nicht passieren. Das kann nicht passieren, genau. So, deswegen. Oder wer weiß. Ja, ich meine. Ich glaube es nicht. Die ganze Strotbande nochmal in Impel Down. Ja, Impel Down. Bis mal mit Doflamingo. Mit Doflamingo als Doflamingo als Sir Crocodile. Ähm, wer ist denn noch gerade? Äh, Bentham als Jim Bay. Ja, wir haben natürlich auch schon das Sitcom-Intro, wo die sich so umdrehen, dann so in die Kamera nicken, so, äh, und dann hast du dahinter so Doflamingo, äh, Sir Crocodile. Genau. So, die sind dann auch alle so dumm verkleidet, oder hast du halt wirklich... Die haben alle von Kinoman Outfits bekommen, so als Kinoman sich als Doflamingo verkleidet hat. Natürlich, hast du Bentham blau angemalt, so wie Jim Bay. Ach, Mann. Ja, Mann, ach, keine Ahnung, ich find's halt, ich hab's sehr gefeiert, ne, dieses, das Garling. Und, ja, wirklich, ne, jetzt halt eine Position kriegt und auch so ein Standing in der Welt, ja, okay, das ist jetzt einer der wichtigsten Charaktere in der Story, zumindest fürs Endgame. Ich mein, es war schon spannend, dass du halt, weil ich find's immer interessant, wenn man halt abseits der etablierten sozusagen Gruppen halt immer so diese Wildcards noch hast, weil, und das war er, ja, so, er gehörte nicht zu den Fünf Weisen, er gehört nicht zu den Admirälen, er gehört generell nicht zu irgendwie zum Militär, so richtig, was geht bei dem, so, und jetzt ist er halt doch wieder in eine relativ saubere Schublade geordnet worden. Macht natürlich jetzt den Charakter trotzdem interessant immer noch, aber der hat so, so ein kleines bisschen hat er für mich dadurch auch verloren, dass er halt jetzt nicht mehr so im Vakuum stattfindet. Ja, er ist halt jetzt nicht mehr eine Wildcard, er ist halt jetzt klar positioniert wie so ein Schachpiece und ich find auch, wenn er jetzt wirklich Shanks Vater sein sollte, er ist halt die Idee von einem bösen Shanks wahrscheinlich auch einfach, so dieses, okay, was wäre, wenn Shanks zu einem Tenryu B2 wirklich geworden wäre und nicht bei der Roger-Piraten-Bande aufgewachsen ist. Aber wer macht ihn fertig am Ende? Ja, ist halt die Frage generell mit den ganzen Kämpfen, ne? Wieder ein Schwertkämpfer. Ist halt auch ein Schwertkämpfer. Brooke? Brooke. Nee, Brooke kriegt, wenn, wenn, dann machst du nichts, sag ich mehr Sinn, jetzt mal ganz kurz, wenn Brooke noch Sojuro bekommt, weil die hat beide Eisschwerter. Ja, ja. Auch wenn er das getätigt und die Explikation hat. Ja, das ist halt echt die Frage mit den Kämpfen, wer, ich bin komplett lost, wenn es um die ganzen Wild, also um die ganzen Kämpfe in der finalen Saga geht, weil wer wird da noch leben? Lebt Shanks? Weil ich fänd's cool, wenn Shanks gegen den kämpft, aber ich glaub, Shanks wird vorher sterben. So. So, wird Blackbeard in der finalen Saga auch auf Mary Joa sein? Wer wird Ruffys finaler Gegner? Wird's Imu sein? Wird's Blackbeard sein? So, es ist halt alles so. Die Sache ist, abseits davon ist in meinem Kopf, ja, aber wir haben halt einfach die Strohhüte und jeder von denen kriegt halt den Kampf. All diese anderen Charaktere, ja, die kriegen Thema, aber nee, alles, worum es am Ende wirklich geht, sind die Strohhüte und die Reckämpfer. Ich glaub, die kriegen nicht Gorosei, sie kriegen God Nights dann. So eine Nami, ja, ein Brooke kriegt irgendeinen God Nights-Schwertkämpfer. Ich will einfach nur sehen, wie Garling, meinetwegen kann auch geschützt so Schischisch so und so und werden, aber ich will einfach sehen, wie er so gecuttet wird und dann einfach seine dumme Friese so oben und unten so abgeschnitten ist. Und dann weißt du, er ist besiegt. Ja, der Mond fällt auf. Genau, genau, wenn die Sichel weggeschüttet wird. Und da, ne, dass man nicht drauf gekommen ist, weil er ist halt der Mond. Ja. Also es ist halt auch wieder zu diesem, es ist klar, er ist kein Planet so, aber. Ein bisschen Bullshit ist es schon. Aber es ist trotzdem zu Planetenkonstellationen gehört ja irgendwo dazu. Und Monde gibt es ja auch drei. Ja. Vielleicht kann, vielleicht kriegt ja das Garling. Vielleicht kann ja sich, gibt es irgendein Fabelwesen, was ich dann, vielleicht wird der der Cerberus. Vielleicht kriegt der ja drei Köpfe. Ja. So, weil es auch in One Piece drei Monde gibt. Ja, aber der kriegt halt diese, wird dann dieser komische Affe, der dann, ne, so der eine, der den Mund zuhält, der eine, die Augen zuhält, der eine, die Nase zuhält. Ja, ja, ja. Der ist halt, oder macht, oder macht den Cerberus, aber nicht mit Hundeköpfen. Mit Köpfen von anderen Tieren. Ja, mit irgendwelchen Quatschköpfen. Ja. Ja, 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 ich sehe es jetzt schon kommen. Aber keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, der hat jetzt seine Fähigkeit bekommen oder wird sie noch kriegen und ich würde irgendwie eine Reunion mit Shanks, weil falls Shanks, also er hat ja eine Connection zur Fingerland-Familie, ne, dass man da die Bestätigung halt bekommt, ich hab dich damals in diese Truhe gepackt, in einer der sechs Truhen, wo so eine wichtige Teufelsrucht war, sei froh, dass du da drin warst, so. Weil der wird ja nicht den, der, also ich würde mal überhaupt einen Garling, gemeinsam mit Dragon, so Worst Father in One Piece wahrscheinlich Award. Ja, auf einem anderen Spektrum ist dann sowas wie Kuma und Whitebeard. Ja, genau, die hast du dann, genau, die sind dann da S-Tier und die anderen sind so ein bisschen D- oder E-Tier. Das ist halt die klassische Oda-Lektion von nur die, die nicht Blutverwandt mit dir sind, sind die Gerichtigen. Das ist deine Ware von mir. Ja, aber alle, die Blutverwandt sind, ne, ärgern dich nur. Außer Garb. Außer Garb. Noch. Noch, ja. Ja, oder Garb kämpft gegen den. Boah, das wäre halt auch witzig. Endlich darf ich euch mal in die Fresse boxen. Und dann puncht Garbeil. Ich hab dich doch nie gemocht, Bro. Ja, aber tatsächlich. Dein Sohn ist dafür verantwortlich, dass mein Neffe nicht Pirat, mein Enkel nicht Pirat geworden ist. Das stimmt, das ist was Persönliches. Das ist richtig was Persönliches. Aber das stimmt tatsächlich. Das will ich sehen. Ein Garb mit dem klassischen, ey, ich hab dich eigentlich noch nie gemocht. Und dann halt so endlich mal raushauen darf. Ja, weil im Endeffekt Garb tut ja das, was Ruffy tut. Der hat Corby auf Beehive einfach gerettet. So, als ob der nicht auch schon seit Jahren Tenryubitu in die Fresse boxen will. Und spätestens seit God Valley. Weil es wird ja gesagt, ey, das was auf God Valley passiert ist, darauf ist Garb nicht proud. Das heißt, die Story ist fake. Also er ist wahrscheinlich aufgrund einer Sache zum Held der Marine geworden, die ja, die wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht. Und wahrscheinlich hat das damit was zu tun, dass er Tenryubitu beschützen musste, dass irgendwer beschützt wurde, der nicht hätte beschützt werden sollen. So. Oder er war an irgendwas noch krasserem Beteiligt, dass Sklaven gestorben sind oder whatever. Aber ich glaube tatsächlich, dass Garb noch einen Tenryubitu punchen wird. Einfach als Parallele. Weil wir haben es jetzt schon mit Bear gehabt und Garb ist so, boah, es wäre so ein Galaxy Impact in der Fresse von einem Fingerland Garling. Why not? Ja, why not? Genau das. Einfach nur für ein schönes Double Spread. Apropos why not, wo ich auch gedacht habe, haben wir ja vorher schon angesprochen, diese Charaktere haben wir also überlebt. Das sind nämlich die anderen Satellites. Er ist nicht umgekippt. Ja, aber Benni, das ist auch nicht besser. Ja, du kannst mit der Karte, das ist der Black Luster Soldier, den darfst du nicht berühren. Mein beloved. Black Luster Soldier. Niemand darf unsere Geheimen. Ja. Ach man, nee, aber genau, wir kommen nochmal zurück auf A-Cat, beziehungsweise in die Luft von A-Cat und die Satellites haben tatsächlich alle überlebt auf die eine oder andere Weise. Ich meine, nur konsequent, finde ich, wenn du halt sagst, okay, wir haben diese Punk Records und alle laden sich ständig da irgendwie Wireless hoch und sowas, dass natürlich man auch irgendwie das Bewusstsein von denen sozusagen wieder aus den Punk Records rausziehen kann. Letztes Chapter wurde es ja auch schon mit Lilith angedeutet, die ja das auch sozusagen gespürt hat, die zwar die Verbindung zu Punk Records verloren hat, aber irgendwie ja trotzdem gespürt hat, dass die anderen da noch drin sind. Und ja, dann kommen wir nämlich zur besagten Chimera-Vegamon-Forgue. Ja, die Fusion einfach. Wo sie sich alle zusammenbauen. Ja. Und natürlich sich alle darüber einig waren, dass der einzige sexy Körper der von Shaka sein kann. Ja. Was ich auch sehr gut fand. Ja, es ist generell sweet, dass halt vier Charaktere jetzt in dem Körper von einem sind, ne? So ein bisschen wie Piccolo, Kami und Nail in Dragonfall Abridged. Nee. Nee. Aber an sich macht das so Sinn, dass das in Dragonball gar nicht so krass thematisiert wird. Natürlich, wenn die sich fusionieren, sind mehrere Persönlichkeiten da, die aufeinander stoßen. Und es ist nicht eine neue Persönlichkeit. Ja, aber irgendwie war es ja in den Fusionen bei Dragonball schon immer so, dass ... Ja, es war eine Fusion aus den Persönlichkeiten, aber es war eine neue Persönlichkeit. Genau, es war ja wirklich eine neue denkende Person. Genau, aber da sind es ja einfach drei Charaktere dann in dem Körper von einem und ich finde die Idee tausendmal funnier und besser eigentlich, weil du da ja wirklich so, ey, wer übernimmt jetzt gerade den Körper? Damit hast du ja so viel Story-Potenzial, was du nutzen kannst, weil wer hat jetzt diese Entscheidung getroffen? War das Piccolo? War das Nail? War das Kami? Und hier ja auch. Du hast jetzt halt gefühlt eigentlich wieder den Viersechstel, den Zweidrittel OG Vegapunk, weil es fehlt ja nur noch Lilith und York wieder. Es fehlt tatsächlich Gier und Bosheit, eigentlich nur die Goodstings, die da noch übrig sind jetzt gerade. Genau, daher, wer weiß, vielleicht ist ja das Ende der Story, dass sogar wieder ein vollendeter Vegapunk zusammengeführt wird. Aber bei Goodstings sind es glaube ich nicht, weil ist Atlas nicht auch Wut? Wut, ja, kann sein, ja. Ja, aber an sich trotzdem interessant, ne? Oda hat halt hiermit gezeigt, ey, sie leben alle noch und es besteht das Potenzial, dass sie sich auch wieder alle in einen Körper connecten könnten. Also auch da wieder, plus wir haben jetzt eine dritte Vegapunk-Partei, die independently von Lilith und York agiert. Ja. Das heißt, da ist halt die Frage, okay, natürlich sind sie mit unseren Helden verbündet irgendwo noch, aber ich glaube, die werden independent handeln. Ich glaube, die werden jetzt nicht auf Elbuff direkt wieder zusammenkommen, sondern ich glaube, die werden ihr eigenes Ding machen und das, was die hier machen, Punk-Rackets vielleicht ja sogar wirklich im Himmel lassen, dass das Internet gespreadet werden kann und connected werden kann, vielleicht sogar über Watheria irgendwie, über Knoten vielleicht, wer weiß. Aber ich finde interessant, was die hier sagen, so, ne, wird ja auch nochmal bestätigt, okay, es ist halt, das Signal geht halt über die ganze Welt und York kann, egal wo sie ist, sich damit verbinden, während Lilith das ja, glaube ich, nicht mehr kann, weil sie ja rausgeschmissen worden ist von York. Ja, das kann gut sein, ja. Aber können die anderen vier, können sich ja, glaube ich, dann auch nicht verbinden oder nicht? Ich meine, York ist die Einzige, die gerade Zugriff auf Punk-Rackets hat. Boah, das weiß ich nicht. Aber warum sollten sie es dann wegschleppen? Damit sie es, weil es wird ja hier gesagt, ne, ich meine, es ist ja Pythagoras, der sagt, so, jo, ne, das Signal geht halt über die ganze Welt, also wird sich immer noch verbinden können. Und da meint ja Edison so, ey, aber das ist halt immer noch besser, als es ihr halt auf einem Silbertablett in die Hand zu drücken, oder? Und stimme ich halt zu, so, wenn du die Möglichkeit hast, nimm es halt mit, auch wenn sie es immer noch zugreifen kann, aber die können es halt nicht kaputt machen. Ja, absolut. Aber da wird jetzt nicht gesagt, dass die keinen Zugriff drauf haben. Ne, das wird ja nicht gesagt. Das wird nicht gesagt, aber das wäre halt jetzt meine Vermutung, weil, wenn Lilith keinen Zugang hat. Ja, aber vielleicht, weil sie dachte, dass die alle tot sind. Ja, aber Bro, Mann, das ist so Sys-Admin-101, so, du kannst doch nicht, wenn du Leute feuerst, deren Zugriff einfach drin lassen. Ja, doch. Jörg hat davon keine Ahnung. Die ist nur halb so smart, wie die anderen Vegapunks. Ja, oder sie können sich halt wieder verbinden, Mann, die haben ja jetzt Punk-Records und ich glaube, wenn Lilith jemanden rauswerfen kann, dann können vier Vegapunks sich auch wieder... Die Jörg. Ja, genau, aber dann werden die anderen sich doch auch wieder einloggen können. Ähm, so, das ist halt... Ja, theoretisch... Mann, Vegapunk hat gerade den Tod ausgetrickst, indem er drei doch noch dafür gesorgt hat, dass die vier Verstorbenen alle am Leben sind. Ja. Wodurch ja wirklich die Weltregierung, ja, sie haben es geschafft, den OG-Vegapunk zu killen, aber eigentlich haben sie Vegapunk nicht gekillt und sie haben auch Punk-Records nicht mehr. Ja, klar, ihr habt jetzt York und die Motherflame, aber das, was am Ende das verlorene Jahrhundert wahrscheinlich für immer revealen wird und jedem zugänglich machen wird, habt ihr halt nicht gerettet. Ja, zumindest physisch nicht, ne? Physisch nicht, ne? Und ich glaube, auch das, Lilith wird ihren Zugang verlieren. Das ist doch so ein bisschen wie, genau, als Zorro Eki besiegt hat, dann sagt er ihnen, nachdem er ihn besiegt hat, so, ja, ey, ich hab noch eine Nachricht von Pauli von dir. Ihr seid gefeuert. So, und ich glaube, so einen Moment kriegt man vielleicht mit York halt auch noch, so, dass sie dann keinen Zugang mehr hat, so, und dann rausgeworfen wird. Ja, das ist halt dreckig. Und das ist der Moment, in dem sie für Garling keinen Nutzen mehr hat. Ja, und Garling wird die killen. Weil, wie gesagt, Saturn, mit dem war der Deal. Ich hätte dich ja zu einem Tenryu B2 gemacht. Oder sie schafft es halt trotzdem irgendwann nochmal von da dann doch in die Blackbeard-Bande reinzustolpern. Ja, maybe. Mit Saturn, ja, natürlich, man fährt durch Saturn sogar, wer weiß. Ja, so, vielleicht wird sie verarscht von dem Blackbeard-Piraten und kommt dann mit oder so. Und auch bevor Garling quasi die Kontrolle über sie übernehmen kann, kommen die dann und sagen so, ey, du bist doch hier der Vegapunk. Ja. Wobei auch da wieder, warum sollen die die belabern? Sie nehmen sie einfach mit, genauso wie sie Pudding einfach mitgenommen haben. Ja. In dem Fall wird es pickeriger, weil dann wahrscheinlich Garling kommt und sagt, gib mir meine Wissenschaftlerin wieder. Ja, probably. Und er dann einfach in die Divine Departure Tenryu B2 Edition gegen Blackbeard einsetzt. Ja. Ja. Tenryu B2 Departure. Aber wir haben es hier, du hast hier gerade ganz kurz angedeutet, wohin sind sie denn unterwegs, nachdem sie keine Kohle, keine Reputation und auch keine Mitarbeiter mehr hatten. Ja. Nach Vetheria, du sagst. Ja, Vetheria, schön in den Himmel zu Hera, wie, nee, Heraklesen war der Dude von, wie heißt der von Lissop? Von Lissop. Lissoppen. Wie heißt denn der hier? Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Boah, der wird doch hier genannt. Hallo. Hallo. Wo ist denn der Name? Nee, die sagen halt nur Vetheria, come in. Ah, haben die nicht. Funk nur Vetheria an. Aber ja, Mann, das ist ja dieser Opa-Dude da. Ja, ja, klar, das ist halt der Haupttyp, der auch mit Nami da immer gechillt hat, der ihr ja, glaube ich, auch den Knoten gezeigt hat, den du eben angesprochen hast. Und Mann, das ist für mich halt echt so klassisches Oder-Ding. Er macht das nicht umsonst, weil du hättest wirklich weder den Typ zeigen müssen, weder Vetheria erwähnen müssen, noch irgendwas. Die hätten einfach nur sagen können, wir fliegen zum nächsten Sky Island. Aber dass du zwei, drei Chapter, nachdem dieser... Haredas. Haredas? Ja. Ah, das sind so wahrscheinlich so Fantasy-Zauberernamen alle, ne? Ja, probably. So in so einem Fantasy-Name-Generator. Ja, ey, die sind aber echt nützlich, Alter. Wie oft man bei Pen & Papers dann so sitzt und dann so, ah fuck it, ich geb jetzt einfach Piraten-Name Pen & Papers und lass mich degeneraten. Ey, wie oft hab ich, wenn ich Pokémon dann in den 2010ern gespielt hab, irgendwelche One-Piece-Namen, einfach als Spitzen für den Pokémon. Na klar, die Crew dann benennen und sowas. Oder nach Game of Thrones-Charakteren tatsächlich zu der Zeit auch. Ja, ja. Mein halbes Kampfzonen-Team, Alter. Wie viele Pokémon er hatte, wo ich, ich hab da vor ein paar Tagen mal wieder reingeguckt in den Spielstand und da ist halt so viele Game of Thrones-Namen irgendwie von den ganzen Pokémon. Ich glaub so, Brutalanda hab ich, glaub ich, Rhaegal oder so genannt. Ah, die Targaryens. Ja, genau. Sehr gut. Und wer wird Tyrion? Ja, boah, ich weiß es gar nicht. Tatsächlich müsste ich mal nachschauen, ob ich den benutzt habe. Boah, das Weirdeste ist ja, dass er auf Deutsch Tyrion, das ist, glaub ich, Tyrion, aber die nennen Tywin Tywin. Ja, das ist so der verlorene fünfte Hobbit, ne? Es war ja Frodo, Sam, Merry, Pippin und Tywin. Absolut. Gut, ja, aber ey, wie du schon sagst, Oda macht Oda Sachen, indem er halt Cross-Referenz hier zu charakteren, die vielleicht nicht so eine große Bedeutung damals hatten, aber jetzt einfach mehr Bedeutung bekommen, weil Oda sich auch hier safe gesagt hat, ja, das macht Sinn, die hier zu connecten. Natürlich kennt Vegapunk, die. Aber, ne, um hier sozusagen nochmal vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das konkret zu machen. Für euch. Für euch. Ähm, es gab ja schon auf Featheria, das hat Nami damals gelernt, diese Technologie, dass man eben, das haben wir auch im Podcast damals schon gesagt, ne, dass man eben diese Windknoten machen kann. Und jetzt vor zwei, drei Chaptern haben wir eben Emmett, den Roboter, der ihm diesen Haki-Knoten entfesselt hat, den Joy Boy ihm gegeben hat. Und das ist es halt, Oda macht das nicht einfach so, so, nicht aus Zufall sehen wir jetzt genau diesen Harredas, äh, der damals halt das eingeführt hat, äh, nachdem wir halt eben diesen Haki-Knoten gesehen haben. Das soll uns dem, sag ich mal, aufmerksameren Leser so ein bisschen sagen, so dieses, weißt du noch? Weißt du noch? So, für die, die eben nicht in Rome ist das Podcast hören, dass die dann vielleicht in dem Moment auch drauf kommen können, so, ach ja, stimmt, die haben ja schon mal so die gesehen und die hatten ja auch so einen Knoten. So, weil ich glaube ehrlich, dass sich Oda auch so vorstellt, dass Leute seine Geschichte lesen, die ist so, ach, ja, stimmt, ah, gut, dass du es mir nochmal sagst, oder jetzt weiß ich es wieder. Ja, es ist halt typisch dieses, ja, einfach cross-referenzieren, Namen droppen, weil, Oda hat, glaube ich, mittlerweile das Game einfach verstanden, der hat so eine große Welt, wenn er einfach Charakternamen erwähnt oder Gruppierungen erwähnt, weiß er, Leute diskutieren drüber. Ja, aber das eine ist halt, es ist einfach zu erwähnen, aber in dem Fall hat es ja tatsächlich eine Bewandtnis zur aktuellen Geschichte. Ja, klar, deswegen, das meine ich halt, es muss einen Bezug haben zu dem, was man hat und da ist natürlich dieses, okay, ich will was mit Wetter, okay, die fliegen weg, wen habe ich denn da, ah, okay, Skypiea ist ein bisschen zu weit weg, das hat da, ah, doch, da war doch bei Nami war noch da welche. Ich glaube halt, nee, das ist, das ist ja mein Punkt, ich glaube nämlich nicht, dass das der Gedanke war. Der Gedanke war von Anfang an so, ey, ich will denen diesen Knoten nochmal in Erinnerung rufen, deswegen schreibe ich jetzt aktiv die Wetheria-Dudes da nochmal rein. Ja, das kann gut sein, aber ich weiß nicht, ob als damals die Wetheria-Dudes da waren, ob da schon Eckert in dem Detail geplant war, dass der Knoten am Ende der Reveal ist. Aber das kannst du ja retrospektiv machen, wahrscheinlich war der Knoten von Emmett damals auch überhaupt nicht geplant. Ja, ja, genau, vielleicht war Emmett gar nicht geplant zu dem Punkt. Richtig, richtig, aber Oda war halt jetzt so, ah, okay, ich nehme jetzt diese Knoten-Dinge und um zu zeigen, dass es halt der Knoten war, zeige ich jetzt die Wetheria-Dudes, weil es halt gerade in seiner Assoziations-Cloud eh alles rumfliegt wahrscheinlich und soll uns halt hier auch die Verbindung nochmal machen. Ich frage mich echt, wie Oda sein, blöd gesagt, Story-Data-Management macht, weil gerade, ne, also der Zeichner natürlich, der hat ja einfach so Blöcke, wo dann teilweise, das war zumindest vor einigen Jahren noch so, wo du dann einfach Whole Cake, Revolutionäre, bla, oder Kaiser stand da drauf und in dem Blog sammelt er wahrscheinlich dann Ideen, zeichnet Ideen. Aber ich frage mich halt echt, ob er das auch einfach mittlerweile sehr viel digitalisiert hat oder seinen Editor für ihn digitalisiert oder wer auch immer, weil das jetzt einfach alles auf losen Papierfetzen irgendwo zu haben. Post-its, überall Post-its. Ja, so ein bisschen dieses. Es sieht aus wie der eine Dude von JJK, der mit den, mit den, mit den Kassenbons, der sein Kleid aus Kassenbons getragen hat. Ja, ja. Das ist jetzt so, da haben wir so ganz viele Post-its. Ja, wer weiß, ey, wer weiß. So wie der Schieber-Junge, so macht so seinen Mantel und da hat er so ganz viele, brauchst du ein paar Plot-Points? Brauchst du ein paar Plot-Points? So, willst du noch ein Reveal? Ja, willst du noch eine Silhouette kaufen? Ich hab hier noch ein paar ungeklärte Familienverhältnisse für 2,99. Willst du noch ein paar Charaktere mit roten Haaren, die eine Connection vielleicht zu Shanks haben? Oh Mann, ich hier noch ein bisschen Foreshadowing, von dem wir nicht wissen, ob es noch wahr wird. Ja, hier noch Foreshadowing, was ich eingebaut habe, aber vielleicht nie Revealed werde, weil ich es vergessen habe. Ja, okay. Ja, so stelle ich mir das vor und so ist das bestimmt auch. So ist es hundertprozentig. Absolut. Machen wir uns ja nichts vor. Aber wir haben noch zwei Seiten, nämlich die revolutionäre, interessanter Switch zu denen. So, wir haben Garling, der was macht und eine neue Position kriegt, aber wir haben Dragon, Mann, bis auf Worte. Ja, 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 es wird jetzt Zeit, bla, bla, bla. Da steht Dragon immer noch nur rum und guckt wie Eren Jäger aufs Meer. Ja, das ist, was hier passiert, das sind ja Klärbeer-Seiten. Ja, natürlich. Er hat die Revolutionäre halt ausgesucht, weil es Sinn macht, dass die sich gerade drüber unterhalten. Ja. Und deswegen sagt er, okay, die dürfen jetzt quasi alles, was auf Echtheit passiert ist, in zwei Seiten nochmal zusammenfassen. Koala, mach das mal bitte. Koala, genau, die auch, ach Mann, das sind so wieder Sachen, das macht Oda extra, um mich zu ärgern. So hier auch nochmal in Erinnerung zu rufen, so dieses, ah, wir hatten ja gar keine Ahnung von gar nichts davon. So, du bist so, Mann, Mann, ihr könnt alle euer Job nicht. Kein Wunder, dass die inkompetente Weltregierung so lange an der Macht blieb, ey, wenn ihr genauso inkompetent seid. Also für mich war der Punkt, als Dragon an diesem Podcast-Tisch hier saß, ne, irgendwie als Dragon an diesem Podcast-Tisch hier in, äh, zu Sabo war und als er meinte, antike Waffen und der da nicht wirklich eine Ahnung hatte. Ja. Das war der Punkt. Der Thron. Das war für mich so der Punkt, hm, ich hab viel zu viel von dir erwartet, Dragon. Ja, das ist halt so, ne, kein Manga ist gerade irgendwie sicher vor diesem Fraud-Meme, ne, so, ach, hier ist jetzt wieder Fraud-Dragon. Ja, ey, ich glaub immer noch, dass Dragon deliveren wird. Ich glaub, Dragon, wenn oder ihn wirklich einsetzen will als ein narratives Mittel, als Schach-Piece, das sich bewegt, ich glaub, dann wird Dragon Sachen machen und dann werden wir so, boah, Dragon, wir haben nie an dir gezweifelt. Ich glaub schon, dass Dragon seinem Hype noch gerecht wird, nur es dauert oder teased ihn jetzt sogar. Dragon hat auf Eckert mehr Auftritte als in der ganzen Story vorher und selbst jetzt ist es noch so, come on, man, mach, so dieses mit dem Stock auf ihn, mach mal was, mach mal was, mach mal was. Aber das Gefühl hast du halt genau deshalb, weil wir halt bei Chapter 1125 sind und das halt mittlerweile über 1000 Kapitel her ist, seit er aufgetaucht ist. Mach mal was. Genau, deshalb stockerst du dann rum, aber wenn der schon in Chapter 600, 400, 500, 800 schon zwischendurch werden kann hätte. So, Garling wäre jetzt aufgetaucht, jetzt wird Dragon revealed in 1086, ey, nobody cares. Bei Garling, genau, bei Garling bist du grad nicht so ungeduldig, weil der ist halt frisch da, aber bei Dragon, das sag ich immer wieder, Dragon, Garb, Shanks, das sind die drei Charaktere, wo Oda einfach den Bogen überspannt hat. Ja, bei Garb zumindest, bei Garb hat er jetzt gemacht, Shanks, okay, Shanks hat einen Move gehabt, so und that's about it. Ah, Shanks. Garb hat, und gut, Shanks hatte halt so, Shanks hatte Marine, ja, der hatte sein Treffen mit Whitebeard, da war es, dann war Marine vor, da hat er aber auch nichts gemacht, da stand der nur und gesagt, ja, okay, wenn ihr jetzt noch weiterkämpft, dann kämpft ihr gegen uns und alle so, okay, okay, machen wir nicht und dann war es vorbei. Das war da, wo er die Versprechen gegeben hat. Genau, dann war Kit, die war in Departure. Ja, wir wissen, okay, er hat Kaido irgendwie aufgehalten, aber da glauben wir alle ja immer noch, ja, der hat ihm einfach Sache gegeben. Das waren halt alles diese Versprechen, die uns damals gegeben wurden, die wurden nicht eingelöst, mittlerweile warte ich zu lange. Ja, ich warte auch zu lange. Warte zu lange. Leute, ich kriege graue Haare, Alter, vom Warten. Seriously, hier, bläht es da, nix übrig. Ich brauche, ich brauche endlich diese Reveals, Mann, ich brauche Dragon, der was tut, ich brauche Dragon, der sagt, ha, ich habe gelogen, Sabo, ich weiß über die antiken Waffen Bescheid, so. Also, was da wahrscheinlich nicht kommen wird. Ich habe böse Wiener zu gutem Spiel überlegt. Ja, ich musste das erzählen, weil ich nicht wusste, ob Imu vielleicht telepathisch mit dir verbunden ist, deswegen musste ich dich anlügen. Und die Wankhoff hat eh keine Ahnung. Die Wankhoff sitzt da. Ich wusste wirklich nichts. Ich wusste wirklich nichts. Ich bin immer noch beleidigt, weil Bär mich nicht wiedererkannt hat auf Marineford. Aber ja, am Ende ein bisschen Recap. Wir kriegen zumindest eine relevante Info, es gibt nicht nur eine Brücke, es gibt nicht nur Tequila Wolf, sondern noch Wodka Wolf, Rum Wolf und Bourbon Wolf. Und tatsächlich, mein Gedanke war halt, sind das Brücken in den Blues, weil wir wissen, dass Tequila Wolf im East Blue ist. Sind die anderen drei Brücken in den anderen Blues? Ne, wir haben ja nur vier, ne, macht ja Sinn. Und der Gedanke war halt noch, Kaido kommt ja aus dem Wodka Königreich, ob die halt irgendwas mit der, mit Wodka Wolf zu tun haben. Und Kaido hat ja auch einen Hass gegen die Tenryubito schon gehabt in seiner Kindheit. Außerdem haben wir ja gesehen, dass es da ein komplettes Scheißloch war, in dem er da gelebt hat. Wobei, lief das nicht so, dass das Wodka Königreich, wofür hat er gekämpft? Hat er gekämpft, um es zu beschützen? Naja, weil er einfach ein Scheid-Solder war. Genau, es war nicht in der, er war halt ein Scheid-Solder. Aber, genau, aber so guck, es war nicht in der Weltregierung. Ne, die konnten den himmlischen Tribut nicht zahlen, genau. Der Bau der Brücke wird ja wahrscheinlich erst gestartet sein, nachdem sie sich der Weltregierung angeschlossen hat. Maybe, falls die da halt ist, ne, es ist ja jetzt tatsächlich nur eine Namens-Connection. Ich meine, es wäre halt wieder so ein Schneeland, ne, weil die Tequila Wolf war ja auch schon im Schnee. Ja. Also zumindest der Teil, wo Robin gewesen ist. Ja, aber die Brücke ist ja gewaltig, ne, das ist ja, also ich gehe gerade nochmal Kaidos Flashback hier durch. Ja, die ist halt so gewaltig, das wird uns hier auch nochmal gesagt, dass sie einen weiteren Meeresanstieg überstehen könnte. In meinem Kopf ist, von der Logik her soll die so hoch sein wie die Red Line, glaube ich. Ja, wir haben es ja gesehen, als die 966 oder 967 vor Roden, genau, als die da dran vorbeigefahren sind. Und ich glaube tatsächlich, die ist dem East Blue, aber ich kann mich auch irren. Ich meine, Tequila Wolf war im North Blue, bin ich mir ziemlich sicher. Weil da wurde ja immer das Täfligen gezeigt, wo Robin ist. Ja. Und ich meine, die war im North Blue. Boah, ich weiß nicht. Das ist so mein ... Kann auch sein, dass die in der Grand Line war. Ja, welche Chapter sind die, oder ist das wirklich die Grand Line? Welche Chapter waren die, wo ... Kurz vor dem Timeskip weiß ich, dass wir da die ... Aber es gab diese Chapter, wo du immer mal wieder einen Schwenker zu den anderen halt hattest, wo du dann auch erfährst, wo die anderen gelandet sind. Hier muss ... Hier ist Robin. Hier ist Robin. Aha. East Blue, a giant bridge, the East Blue. Ja, die ist im East Blue gewesen. So, da der Teil, wo sie war. Genau, also zumindest diese giant bridge, das ist ja Save Tequila Wolf. So, daher ... Ja, wobei, kann halt ... Nein, nein, es ist die ... Es ist die selbe Brücke. Ich glaube, bei ihr wurde ja auch gesagt, dass sie von Tequila Wolf befreit wurde. Es ist auch literally dieselbe Brücke, die Ola hier gezeichnet hat. Genau, es ist ja einfach dieselbe Brücke, die da genutzt wurde. Das ist halt, finde ich, interesting, dass halt statt einer gibt es halt jetzt wohl vier einfach, die benutzt werden. Das ist halt wirklich interessant. Man hat ja ursprünglich gedacht, dass es so ein bisschen diese Beschäftigungstherapie ist, ne? Aber natürlich hat es irgendeinen ultimativen Grund wahrscheinlich. Und jetzt, wo man weiß, es halt vier Brücken sind, die alle halt wahrscheinlich ein gleiches Ziel haben werden. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sie da wirklich in den Blues sozusagen starten, dass du halt dann am Ende dieses Weltregierungskreuz halt hast. So, alle vier, die, machen wir uns nicht vor, nach Mel Jor gehen vermutlich. Und, wie gesagt, halt so, die Höhe auch der Red Line haben werden. Da ist halt dann die Frage, sind das dann quasi Verbindungen zu anderen Mary Joas oder sind das dann die Verbindungen zu Landwirtschaft und alles andere, was die Tenrobito, die halt in der Mitte leben, so brauchen, so als Anlieferung? Ja, ist halt generell die Frage, weil sie sind ja nicht fertig, ne? Es ist ja immer noch nicht, dass da eine wahre Connection ist zwischen den Brücken. Nee, die sind noch am Gebautwerden. Und es ist ja immer noch, seit 800 Jahren werden die wohl ja anscheinend gebaut, so. Daher ist halt wirklich die Frage, ob das Ziel da ist, die fertig zu machen oder ... Aber die haben ja nicht aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich auch so eine Höhe und so. Ja, safe, also genau. Also die Idee ist wahrscheinlich schon, okay, wir wollen das verbinden. Natürlich. Und irgendwann können wir einfach alles fluchen. Ja, safe. Aber ja, wenn es mit dem Tempo weitergeht, können sie lange warten. Das ist ja generell auch, wir haben ja schon eine Lösung ein bisschen bekommen, ne? Dieses, was, wie hieß der gute, Iceberg schon gesagt hat, ey, was ist, wenn wir unsere, wenn wir Water 7 einfach zu einem Schiff umbauen, also eine Insel zu einem Schiff umzufunktionieren und dadurch löst du ja auch das Problem von einem erhöhten Meeresspiegel. Und wer sagt nicht, dass Icebergs Technologie oder eben auch Frankies und Icebergs Technologie am Ende da die Lösung sein wird? Weil irgendwie werden unsere Helden ja die Überflutung aufhalten oder die Überflutung hat keine Wirkung. Sie passiert trotzdem, aber bis auf die Fischmenschen, die Party machen unter Wasser, auch das, ne? Das Volk, was am meisten diskriminiert oder mitunter am meisten diskriminiert wird, hat einfach so einen Freischuss. Ja. Die werden einfach so gar nicht davon betroffen sein. Ja, das haben wir immer so gesagt. Die Fischmenschen sind natürlich komplett fein raus, während die Skypianer, die da oben sind, so gefühlt gar nicht wissen, was abgeht. Ja, genau. So. Die Riesen von Elba war auch so, ja gut, dann treten wir halt in Pfützen. Ja, gut. So Nisha fuckt es auch nicht ab, dem ist auch scheißegal. Ja, wobei die sagen so, ja gut, dann leben wir halt in den Wolken oben. Dann ist Elba, fährt halt eben, dann ziehen wir nach oben. Genau. Oh, da muss ich aber immer die Ranke hochklettern. Ja, aber tatsächlich glaube ich, das ist eher das Gegenteil, das ist eher das, was du gesagt hast, es wird aufgehalten und wahrscheinlich sogar noch zurückgedreht. Ja. Weil das… Der Stöpsel wird aufgemacht. Echt? Das hat uns ja auch Skypie ja damals beigebracht, ne? Wie weit Leute bereit sind, für Worth zu gehen, für diese Erde, ne? Für einfach nur fruchtbare Erde. Und ich glaube, auch das ist so ein Motiv. Das wussten wir damals halt überhaupt nicht, weil es dieses Flut nicht gab. Aber klar, du verlierst, Erde symbolisiert ja Ackerland, symbolisiert Lebensraum und ja, Trockenheit. Du stirbst nicht, du trinkst nicht. Und wir haben immer noch keine Erdlogie an der Story. Vielleicht aus gutem Grund. Ja. Das Einzige, was du halt hast, ist ja Pika als Baunissimiliter. Ja, und halt die, ja, Bebenfrucht, ne? Aber das hat ja nichts mit Erde per se zu tun. Das ist doch kaputt machen. Ja. Also, das ist halt schon interessant. Und ich glaube auch das, die Frucht könnten wir noch kriegen. Weil es ist eine der wenigen Logia, die irgendwo noch Sinn machen würden. Sonst können sie nur graben. Graben können sie halt. Genau, graben. Ja, mal schauen. Vielleicht ja auch auf Elbaf. Vielleicht auch in den Händen der Weltregierung. Wer weiß, wer diese Frucht hat. Oder wer sie vielleicht im verlorenen Jahrhundert hatte. Also, ich glaube, die Erdlogia werden wir safe noch bekommen. Ich kann mir sogar vorstellen, im verlorenen Jahrhundert, dass wir Teufelsfrüchte zu sehen bekommen, die wir in der Gegenwart gar nicht mehr haben. So, die kein Charakter halt hat. So. Ja, genau. Weil die halt zu krass sind. Whatever. Also, deswegen wurden seit schon damals... Der Wille wurde nicht vererbt. So. Ja, ja. Oder halt, äh, wurde halt, äh, äh, nicht vererbt werden. Es durfte nicht vererbt werden. Ja, genau. Weil, keine Ahnung, eben die, der konfisziert hat oder so. Und die sitzen halt in irgendeinem... Das sind meine Fähigkeiten. Ja, sind halt in irgendeinem Tresor. Die sind, naja, die sind in dem... Wir haben ja nur den gewaltigen Strohhut gesehen. Da waren aber noch mehrere... Richtig. ...Teile, wo man Dinge hinpacken kann, wie so eine Trophäensammlung. Die Frozen Devil Fruits. Die Hall of Fame, Alter, die er sich da aufgebohrt hat, ne? Dü, 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 dü. Da hat er auch noch schön noch Joyboys Trikot von da hängen. Genau, das Trikot, dann so eine Keychain. Ja, genau. Das hat er noch, ja... Das Kaugummi, was er damals gekaut hat. Genau. Das klebt noch so dran. Irgendwelche... Das ist auch generell eine Frage, was... So ein bisschen wie seine Horkruxe, so dieses... Ah, das sind alles die Sachen, die ich Joyboy entwendet habe. So special Gegenstände. Alles, was er ihm geklaut hat. Ja. Und am Ende hast du wie bei Herr Arnold dann diesen Arnold-Schrein, den er dabei sich im Schrank hat. Ja, am Ende ist wirklich, ich sag's immer wieder, ne? Imu und Joyboy, vielleicht waren das auch damals Sarke-Brüder. Und vielleicht hat ja jemand seinen Sarke-Schwur gebrochen. So, und dadurch... Wir haben ja jetzt auch im letzten oder vorletzten Chapter war das ja mit Kizaru und mit Akainu, wo ja auch ein bisschen predicted, ey, waren die vielleicht mit Dragon damals auch? Wer nennt ihn Bruder? So, das ist halt nicht ein Begriff, der in One Piece loosely benutzt wird. Nein. Außer jetzt so Aniki, so... Aber das ist ja eher so Bro, habe ich das Gefühl. Ja, das haben wir ja auch im Podcast da diskutiert, ne? Also es ist halt eher dieses Aniki, es ist Nissan oder es ist Aibo. Ja. So. Daher... Ich glaube schon, dass da noch mehr steckt und dadurch du auch wieder diese Parallele zu der Strohhutbande oder auch zu Ruffy, Ace und Sabo hättest. Oder vielleicht zu einem Podcast, wo sowas vielleicht in Zukunft passiert. Wer weiß. Ähm, ja. Aber an sich, Dragon sagt ja, ey, das, was sie machen, hat volle Wirkung, aber gleichzeitig sollen sie ein bisschen aufpassen. Denn, ähm, sie müssen Victory achieven, wenn sie es nicht hinkriegen. Dann werden die Leute sich halt um, äh, wohnbares Land oder wohnbare Fläche streiten. Man könnte sagen, es ist eine schöne Parallele zum echten Leben, aber, äh, ja, hier geht's halt um, ums nackte Überleben. So, weil, ne, wenn der Meeresspiegel steigt, verlieren Leute an Wohnfläche und dann musst du halt an den nächsthöheren Ort, wie du Flamingo gesagt hast. Ja, was Dragon hier halt, ne, halt voraussieht, ist halt, dass die Anarchie dadurch, dass eben alle Angst kriegen, alle nur ihren eigenen Arsch retten wollen sozusagen und eben, ja, auf der Jagd nach dem One Piece, auf der Jagd nach der Lösung für dieses Problem halt sich sozusagen gegenseitig tottrampeln. Ja, ein bisschen heuchlerisch, dass gerade er, das hier jetzt so nachdenklich erwähnt, während vor ein paar Sekunden ein Koch wegen seinen Aktionen erschossen worden ist. Naja, also, es ist klar, aber wer sagt nicht, dass er nicht wegen irgendeiner anderen Kleinigkeit der Koch erschossen wird, weil das ist ja schon sehr... Ja, die werden auch wegen anderen Kleinigkeiten erschossen, aber ich meine, hier ist gerade ein Mann, der sich halt über, über, äh, eine Kausalität und, äh, die Konsequenzen von Taten und, äh, sowas, äh, Gedanken macht und das ist schon ein bisschen ironisch, äh, dass er sich über seine eigenen Taten und die Konsequenzen davon nicht so, in dem Moment zumindest, kennenlernt. Ich glaube schon, dass ihm das bewusst ist, weil ich glaube, das ist halt eben, was wäre auch immer wieder bei Dragon, wenn, wenn es nicht wäre, boah, dann, okay, Dragon, dann verlierst du noch mehr Punkte, aber ich glaube schon, dass der sich bereit ist, dass er halt Schlimmes tun muss, um Gutes zu schaffen und, let's be real, so, das Tenryubito-System langfristig das abzuschaffen, wird wohl was sehr, sehr Positives in dieser Welt sein, aber die Opfer, die du halt bringen musst in dieser Welt, ist halt die Frage, ob viele bereit wären, das zu tun und ich glaube, Dragon ist so einer, der sich sagt, nee, ich bin bereit, das zu tun. Wenn das bedeutet, dass ich meinen Sohn einfach im Stich lasse, okay, wenn das bedeutet, dass halt Zivilisten sterben, ah, ja, ja, das ist, das ist auch alles okay, aber was du dann, äh, welches Recht du dann verwirkt hast, ist dann bedeutungsschwanger, äh, irgendwelche Reden zu schwingen über Moralität. Ja, er kann es ja trotzdem tun, so, es ist halt die Frage, ob das dann eine Wertigkeit halt hat, ne, das ist halt, ob man, ja, ja, am Ende kann er machen, was er will, auf diesen 2D-Papier, auf das er gezeichnet ist, so. Ja, Digga, klar, machen können, tut er, was er will, ich sag halt so, trotzdem so, ne, in dem Moment hast du dann keine Base mehr, dich da irgendwie große Moralität Gedanken zu machen. Okay, ich glaub, das ist ja auch genau das Ding, so wie, man, wir wissen ja, von Oda literally und offensichtlich als halt der große Philosoph, als der, der sich gerade über die Welt wirklich Gedanken macht, dargestellt, also hier, das wird ja null problematisiert. Nee, aber das ist ja auf einer Ebene von Korozumis sind zum Burn geboren. Ja, ja, wo er dann ja nochmal klargestellt hat. Hat er es damals gemacht. Ich glaube halt, bei Dragon ist halt diese Moralität, die werden wir noch zu sehen bekommen, wenn Dragon mal was machen darf, außer zu sitzen, Punkte zu kommunizieren, zu denken, so, ich glaub, da fehlt uns einfach noch viel Kontext zu Dragon, warum er so ist, wie er ist, weil er war ja, anscheinend gab's Dream, so, er war bei der Marine, so, er ist hingegangen und hat... Golden Boy. Der Golden Boy, der dann wahrscheinlich auf God Valley seine Justice abgelegt hat, weil er keine Justice gesehen hat, weil das wäre ja auch wieder ein großer Punkt, wenn das, was auf God Valley passiert ist, auch wieder dieses, ey, das hat ein Keil zwischen Garb und Dragon vielleicht damals temporär aufgebaut, so. Wahrscheinlich. So, daher ist generell, ne, dieses God Valley-Ding auch wieder, wir haben es seit nicht mal 200 Chaptern existiert hier, dieser Begriff in der Story und das ist so das, neben dem Verlorenen in der Hunde, das mysteriöse, der mysteriöseste Flashback, den wir kennen, weil da wahrscheinlich sehr viel, was in der Gegenwart gerade passiert, da aus so Butterfly-Effekt-mäßig ausgelöst wurde. Ja, God Valley ist halt der Tower of Joy aus Game of Thrones. Ja, genau. Das ist das, wo wir wirklich erfahren, was mit Regen und Liana und so passiert ist. So, genauso wie hier, man erfährt dann wirklich was zwischen Garb und Roger und Rocks und den kleinen Shanks in der Truhe und hast du nicht gesehen, alles passiert ist. Ja, safe. Mich würde es auch nicht wundern, wenn Akainu da auch nicht da war, wenn er nicht mit am Start war, auch auf God Valley. Ja, aber Garling war da. Garling auf jeden Fall, das wissen wir. Das werden halt die Themen sein. Ja, aber das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, wenn es dann den Flashback gibt, Saturn taucht vielleicht mal so auf, aber wird mega unwichtig sein. Nee, ich glaube, der hat seine Story erzählt. Oder hat er auch keine Lust mehr auf den, glaube ich. Nee, nee, den hat er auch, wie schon gesagt, seine Story ist halt fertig. So, der hat sein, wird gesagt, poetisches Ende, weil, ey, die Ironie von dem, was er damals nicht zerstören wollte, hat für seinen Untergang gesorgt. So, und generell, er ist halt, ja, wie ein Insekt, einfach, ja, nicht zertrampelt. Mit einer Lupe so. Mit einer Lupe verbrannt worden. Am Ende ist es literally die Imu, der mit einer Lupe verbrannt hat. Ironisch, dass er die Kraft der Sonne dafür nutzt, Benny. Ja, genau, ironisch, wenn es die Kraft der Sonne ist. Guck mal, wir schreiben One Piece hier einfach selber. Es ist halt genau dieses Meme von dem brennenden Schriftsteller. Ja, aber ich glaube wirklich, dadurch haben wir einen relativ guten Rundumschlag gemacht, ohne jetzt bei dem doch mit einigen Highlights versehenen Chapter was vergessen zu haben, hoffentlich. Yes. Ich denke mal, die, ja, krassesten Dinge haben wir auf jeden Fall eindeutig gut diskutiert und nächste Woche ist ja dann auch Henry wieder dabei. Yes. Und der wird bestimmt auch nochmal sein. Yes, genau, der soll seine Meinung auf jeden Fall dazugeben. Ich will dann noch nicht immer so komisch zur Seite gucken. Ich will von vorne zur Kamera reden, bin ich irgendwie mehr gewohnt. Aber ja, im Endeffekt, ja, soll er seine Meinung noch weisen? Ich glaube tatsächlich, nächstes Chapter, ich hoffe, es wird genauso cool. Ich weiß es irgendwie nicht, ich habe gerade keine Erwartungen. Es ist auf jeden Fall keine Pause. Also das ist halt das Gute. Und jetzt, wo wir in Kamera zu sehen sind, wird es, glaube ich, auch ein paar andere Dinge noch geben, die wir in diesem Podcast machen. Vielleicht Pack-Openings, Leute. Vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, die ich mir überlege. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal ein Pack zu openen, wenn wir hier halt sind. Und ich habe auch eine coole Idee noch für Deko hier vorne tatsächlich. Da kann ich dir gleich im Nachhinein erzählen, Viktor. Ihr werdet es dann on camera sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird dann aber nicht so ausgefallen. Nein, nein, nein. Es wird sehr simpel tatsächlich. Ich bin jetzt tatsächlich dadurch, dass dieser Raum, der geht ja noch nach hinten durch. Und ich bin schon am überlegen, mir einen Röhrenfernseher mit integriertem DVD-Player zu hören, weil ich von hier aus auch ein bisschen worken will tatsächlich. Und gerade wenn ich schneide oder so oder Orga-Sachen mache, dann lasse ich halt Dinge im Hintergrund laufen. Und dann dachte ich mir so, boah, die OG-Qualität, wenn du einfach so einen Röhrenfernseher mit integriertem DVD-Player und dann lässt du halt auf Deutsch One Piece halt laufen. So, einfach mal wieder 2003 haben in diesem Kellerraum. Ja, oder Benni wird sich implodiert dann einfach irgendwann, weil das One Piece ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und die Phase auseinander. Ja, ich bin ganz ehrlich, gerade die deutsche Synchro bis wirklich Ines Lobby würde ich mir, glaube ich, nochmal geben wollen. Also nicht danach, aber bis Ines Lobby auf Deutsch. Also nicht, während du in One Piece Sachen arbeitest. Ja, nebenbei einfach, dann läuft es halt durch, dann läuft es halt durch. Ich werde es ja nicht aktiv gucken. Das ist halt dann so wie bei Pluto-TV. Ich lasse dann einfach durchlaufen. Oder wenn ich, keine Ahnung, sieben Stunden Pokémon-Retrospektiven mir anschaue, dann lasse ich das ja einfach durchlaufen in mehreren Sessions. Und das ist halt schon ganz geil, wenn man dann, ja, sowas hat. Oder auch Dragon Ball oder generell das, was früher bei RTL 2 einfach lief, auf so einem Röhrenfernseher mit, ja, nicht optimalen Audio daher. Aber mal schauen. Ihr werdet auf jeden Fall hier, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Entwicklung dieses Raums miterleben. Hier wollen wir auch noch Sachen hinpacken tatsächlich, dass da ein bisschen was gefüllter ist. Vielleicht das ein oder andere Logo. Vielleicht die einen oder anderen Holzbuchstaben, die einen bestimmten Namen dieses Podcasts wiedergeben. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein bisschen was geplant. Den Kühlschrank werdet ihr aber nie zu sehen bekommen. Das bleibt ein Geheimnis wie das One Piece. Ja, Viktor, hast du noch? Ja, ich sag nur, irgendwann gibt's dann hier das MTV Crips, wo wir dann ja immer mit der Kamera durchschwenken. Dann sehen die Leute, wie es hier aussieht. Ja, auf jeden Fall das zweite Studio. Das zeige ich euch vielleicht irgendwann. Also es wird auf jeden Fall bei Instagram noch eine Roomtour geben. So, aber das machen wir tatsächlich erst, wenn hier Sachen fertig sind und wenn wir andere Themen fertig gearbeitet haben hier. Und ja, vielleicht irgendwann im dritten Roman Cusk-Studio, wenn dann ein richtiger Raum es ist und kein Keller mehr. Ja, weil jetzt aktuell ist es halt natürlich alles noch aus dem Keller. Ich habe auf jeden Fall Vorstellungen, wie man das alles noch schicker, größer denken kann. Das ist nicht das Problem. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, eine Frage von euch, ob ihr zuhört. Supportet den Channel. Schaut doch gerne bei YouTube jetzt rein. Auch wenn ihr es bei Spotify zum Einschlafen hört. Wenn ihr nebenbei irgendwas macht, lasst es auf YouTube laufen. Dann könnt ihr uns zuschauen, wie wir hier sitzen und das machen. Und ich glaube ehrlich, dass das ein anderer Vibe noch ist. Es ist ein anderer Vibe, wenn man uns dabei reden hört, wie wir hier sind, wie Viktor hier. Ihr werdet sehen, wie er sein Handy runterfällt. Ja, wobei, das Handy wird nicht mehr runterfallen, weil es auf dem Tisch jetzt ist. Ja, vielleicht wird es runterfallen. Gibt mir ein bisschen mehr Platz hier. Der Black Luster Soldier wird auf jeden Fall fallen und aufgehoben werden müssen in der Zukunft. Und ja, Viktor, ich überlasse dir gerne die letzten Worte. Das ist ja jetzt eine Verantwortung beim ersten Videopodcast, den wir aufgenommen haben. Aber ey, ich kann auch nur noch mal nachdrücklich sagen, mega cooler Raum hier geworden. Danke, Benni und an deinen Dad, dass ihr das hier so gewuppt habt innerhalb von ein paar Tagen. Ja, das ist kein Thema. Wie gesagt, das sieht halt wirklich edel aus. Ich hoffe, ihr seht es halt genauso. Schreibt es gerne dann in die Kommis bei YouTube. Natürlich auch ein Abo dalassen, wenn ihr vorher gesagt habt, so, ne, jetzt reicht mir, wenn die mir einmal in der Woche in den Feed geschwommen werden. Jetzt mit Videopodcast und coolerer Vertäfelung. Ganz ehrlich, da haben wir uns das Abo jetzt aber auch verdient, Klaus. Das kannst du jetzt auch mal draufdrücken nach dieser Woche so. Du hast drei Jahre diesen Podcast gehört, ohne ihn zu abonnieren. Mach mal klar. Aber ansonsten, ja, die üblichen anderen Aufforderungen auch von mir. Die anderen fünf CTAs. Ich bin sowieso nur noch dafür, dass wir einen am Ende sagen. Ihr kennt die Plattform Instagram, TikTok, Spotify. TikTok sind wir noch nicht, kommen wir aber auch noch. Kommen wir irgendwann dann auch noch. Genau, stimmt. War geplant. Verzeih mir, war geplant. Ja, alles gut. Ist ja nicht schlimm. Da seht ihr, dass gerade viel so ein bisschen im Umbruch ist. Aber ja, jetzt gerade das große Highlight ist YouTube. Wenn es gerade etwas gibt, wo es sich am meisten lohnt, uns zu verfolgen, dann ist es dieser Kanal. Leute, ich habe sechseinhalb Jahre gewartet für diesen Raum, um endlich diesen Videopodcast zu haben. Seit dem Anfang habe ich gesagt, irgendwann muss das ein Videopodcast werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber ey, ich bin happy, dass es jetzt langsam losgeht. Jetzt sind wir hier. Und ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Das ist halt das Schlimme. Es gibt kein Zurück mehr. Klar, vielleicht mal wirklich ausnahmsweise mal eine Folge ohne. Aber eigentlich ist der neue Way to go hier. Wir haben alles da. Ja. Und daher. Ja, Leute, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche zu Chapter 1126. Und dann hören wir uns. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.